Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 222, heute mit dem Rückblick auf den WWE Royal Rumble 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der Michael Scheggy Schwarz. Schönen guten Morgen, Scheggy. Hallo, ja guten Morgen Olaf, aber so früh haben wir ja jetzt gar nicht mehr, aber es ist tatsächlich auch nicht abends, wo wir sonst auch manchmal Reviews aufnehmen. Ja, es fühlt sich so ein bisschen wie morgen an, weil ich bin heute wieder so früher aufgestanden als gewöhnlich als Freiberufler und habe mir dann halt eben den Royal Rumble angeschaut. Und das ist ja auch dann mit fünf Stunden plus Kick-Off-Show ja auch eine morgenfüllende Aufgabe, deswegen fühlt es sich vielleicht noch wie morgen an. Ja, für mich fühlt es sich tatsächlich auch wie morgen an, weil ich habe ja gestern einen ganz langen Arbeitstag gehabt, der Dieter Nuhr war bei uns und danach habe ich dann noch kurz vorgeschlafen und dann den Royal Rumble relativ live gesehen. Und dann, ja, das war dann auch schon recht früh, dann heute Morgen bin ich dann noch einmal kurz ins Bett und jetzt sitzen wir hier. Ja, und einige werden sich vielleicht fragen, so im Moment hatte der Olaf nicht im NXT-Podcast gesagt, sie sind zu dritt und der David ist noch dabei. Der David ist wirklich 20 Minuten vor dieser Podcast-Aufnahme wirklich ausgefallen, dem geht es nicht gut, der ist auf dem Weg zum Arzt. Also wenn ihr möchtet, gerne gute Besserungen und Konsorten irgendwie unter das Video oder an fragen.headlock.de schicken, da freut er sich garantiert drüber und wird hoffentlich schnell wieder gesund. Also da kann man dann eben nichts machen. So, Shaggy, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach los hier mit dem Royal Rumble, weil das war ja auch wirklich ein Event, da sind ja die meisten auch mit einem gewissen Hype reingegangen. Bei dir war es ja nicht anders, oder? Ich war auch gehypt tatsächlich, die letzten Wochen haben mich sowieso wieder so ein bisschen mehr in Richtung WWE gebracht und auf dem Royal Rumble ist man ja irgendwie immer gehypt, egal wie das Produkt gerade aktuell aussieht. In dem Fall ist das Produkt ja schon ein bisschen besser geworden, kann man auf jeden Fall so sagen, interessanter, kurzweiliger und ja, interessant und kurzweilig war der Royal Rumble zeitweise auch. Das stimmt, ja, also auch da ist vielleicht dem Hype nicht 100% gerecht geworden, ich fand aber trotzdem, dass es so in der Gänze eine gute Show gewesen ist, vor allem auch angesichts der Länge natürlich, weil ich finde eben auch schon, dass so sieben Stunden Wrestling-Programm sich anschauen, das ist schon viel und dafür, finde ich, hat man da wirklich das meiste noch gut gemacht, sage ich einfach mal so als kleines vorweggenommenes Fazit. Wir starten aber wie immer durch mit der Kick-Off-Show und da gab es ja zuerst ein Non-Title-Tag-Team-Match zwischen den Champions Bobby Roode und Chad Gable auf der einen Seite und ja, der etwas ungewöhnlichen Kombination aus Raza und Scott Dawson auf der anderen Seite, also hier hat man so ein kleines Match noch quasi mit eingebaut, auf der einen Seite, wie gesagt, die etablierten Tag-Team-Champions, die machen sich ja eigentlich auch ganz gut und auf der anderen Seite eben so ein bisschen das Odd-Couple, was so ein bisschen zusammengewürfelt wurde und das war dann eigentlich auch die Geschichte dieses gesamten Kampfes, ne? Bei der AOP ist ja Acom ausgefallen, der ist ja verletzt und jetzt hat man einfach hier ein bisschen was zusammengewürfelt. Den Kampf fand ich in sich in Ordnung, das kann man so machen. Ich mag Roode und Gable, ehrlich gesagt, ganz gerne, aber das ist jetzt auch nichts, woran ich mich länger erinnern werde. Ich würde sagen, das war ein guter Auftakt für eine Kick-Off-Show, hat für mich so gepasst, knapp sieben Minuten, am Ende gewinnen Gable und Roode, passt so, oder? Passt auf jeden Fall so, aber das Odd-Couple, das ein bisschen zusammengewürfelt wirkt, könnte ich, also würde ich tatsächlich auf beide Teams immer noch beziehen, weil so ein bisschen so richtig geklickt hat es bei mir mit den, ja, mit Bobby Roode und Gable immer noch nicht so richtig. Aber, naja, schauen wir mal, was da noch wird, vielleicht, zumindest haben sie jetzt schon eh das gleiche Ring-Outfit, von daher ist es schon ein bisschen besser geworden. Aber ist denn Dash Wilder eigentlich verletzt oder auch verletzt? Oder warum kam das jetzt zu dem Match? Also ich meine, es ist ja erklärt, wo das, dass Jack Maverick ja sich das Match klar gemacht hat, mit McMahon irgendwie. Aber ist Dash Wilder wirklich verletzt oder warum ist er nicht mit angetreten? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach aus der Laune eines McMahon entstanden. Also es gab keine offizielle Erklärung, sondern es gab einfach nur die Geschichte, dass er mit McMahon gesprochen hat und dann hieß es, ja, jetzt sind die beiden hier zusammen. Also ich bin auch gespannt, ob es da noch eine Aufklärung für gibt. Schauen wir einfach mal. Was ich übrigens an Roode und Gable mag, ist deren Finisher. Also die Neckbreaker-Moonsault-Kombination, die sieht schon gut aus. Also das passt schon so für mich. Und ich finde es auch gut, dass ein Chad Gable einfach regelmäßig jetzt eingesetzt wird, zwar auch wieder im Tag-Team, aber das finde ich nett und damit kann ich leben. Und entsprechend war das hier so als erstes Match für die Kick-Off-Show, war das schon in Ordnung. Ja, das soll ja jetzt auch nicht kritisierend wirken oder gewesen sein. Bobby Wood sicherlich in seiner besten Rolle, die er bisher im Haupt-Roster hatte bei der WWE, das auf jeden Fall. Und Chad Gable ist ein ausgezeichneter Wrestler, an dem die Zukunft gehören kann, wenn er so weitermacht. Ja, also ich glaube, wir haben alle nicht geglaubt, dass diese Kombination, als die Storyline losging, so lange halten würde, oder? Nee, das haben wir nicht geglaubt. Das war so eine Eintagsfliege. Aber tatsächlich, also sind sie ja jetzt ein festes Team, aber sie wirken immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Zumindest bei mir. Ja, das kann ich auch ein bisschen verstehen. Das liegt aber auch einfach daran, dass ja auch Gable das ja auch so ein bisschen overacted, also auch dieses Glorious-Gedönse, das gehört ja so ein bisschen dazu, dass sie da auch so ein bisschen merkwürdig wirken, sagen wir es einfach mal so. So, nächster Kampf der Kick-Off-Show. Also wir haben auch eine vollgepackte Card ohnehin. Wir haben es ja schon vorher gesagt, das sind dann insgesamt zehn Kämpfe, glaube ich, jetzt knapp gewesen, inklusive zwei Royal Rumbles. Also ein langer Event und wurde dann fortgesetzt mit dem Match um den US-Championship zwischen Rusev, dem Champion, begleitet von Lana, das ist natürlich auch hier eine ganz besondere Personalie, die wir hier erwähnen müssen, und natürlich gegen Shinsuke Nakamura, dem ehemaligen Champion. Und ich glaube, hier hat niemand an einen Titelwechsel im Vorfeld geglaubt. Wir haben auch alle wieder daneben gelegen. Also wir haben ohnehin viel daneben gelegen mit unseren Tipps, muss ich dazu sagen. Aber hier haben wir uns ja gefragt, so ja, bleibt Shinsuke Nakamura, geht Shinsuke Nakamura. Und jetzt wird er auf einmal, eigentlich nach einer sehr kurzen Regentschaft von Rusev, Champion. Der Kampf an sich war ordentlich, war okay, auch wieder für Kick-Off-Show-Niveau war das in Ordnung. Aber der Titelwechsel kommt jetzt schon ein bisschen aus dem Nichts, oder? Ja, das ist richtig. Das war auf jeden Fall definitiv überraschend. Du hast gesagt, wir haben ein paar Tipps daneben gelegen. Das stimmt gar nicht. Ich habe ja gar nicht mit euch getippt, ich habe aber woanders getippt. Und das war tatsächlich der einzige Kampf, wo ich daneben gelegen habe. Also die anderen habe ich alle richtig getippt, auch die Sieger der Wambles, was ja jetzt nicht so schwer war. Und hier war ich wirklich überrascht. Also vielleicht, warum hat man dann Gustav zwischendrin den Zettel gegeben, wenn er ihn wieder hier verloren hat? Also die Fäde wird definitiv weitergehen und es könnte auch irgendwie noch zu Problemen, ja, erneut zu Problemen zwischen Gustav und Lana kommen. Weil der hat sie ja jetzt auch wieder getroffen und ist wieder schuld, dass sie sich erneut verletzt hat. Genau das, ja. Also nochmal so ein bisschen aufs Match einzugehen. Ich finde eigentlich, dass die beiden eine gute Chemie zusammen haben. Also das gefällt mir bei denen auf jeden Fall gut. Das hat man ja auch schon bei den früheren Kämpfen gesehen, dass das eigentlich zwischen den beiden ganz gut funktioniert. Und ja, du hast gerade das Finish quasi angesprochen. Da gab es ja diesen Moment, wo Lana aufs Apron gesprungen ist, so in Sherry-Martell-Manier mit dem Schuh in der Hand. Und gesagt hat, hier, du betrügst, du betrügst, du betrügst. Shinsuke Nakamura, der versucht hat, irgendwie das Ringpolster zu lösen. Ja, und dann gab es eine kurze Konfrontation zwischen Lana und Nakamura. Und Nakamura geht im rechten Moment beiseite. Rusev trifft Lana, die fliegt im hohen Bogen vom Apron. Es gibt den Kinshasa in den Rücken. Und damit ist die Sache gelaufen. Du hast es gerade angesprochen. Du vermutest hier Probleme zwischen Rusev und Lana. Glaubst du, dass es da zum Split kommen könnte? Es gab ja auch schon länger dieses Gerücht, dass das mal passieren könnte. Naja, den Split gab es ja damals, wenn man sich an die unsägliche Zeit mit Dolph Siegler auch noch erinnert. Den gab es ja schon mal. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nochmal gemacht wird. Die beiden sind, die gehören zusammen und die passen auch zusammen, harmonieren ganz gut. Vielleicht holst man einen in Englisch zurück und der kittet dann alles wieder. Wer weiß das schon. Also ich hoffe nicht, dass ihr uns einen Split bevorsteht. Aber ich fand den Titelwechsel schon sehr, sehr überraschend tatsächlich. Bin gespannt, wie es jetzt auch mit beiden weitergeht. Die Fedik müsste ja jetzt eigentlich im Grunde beendet sein. Schauen wir mal. Wo siehst du jetzt einen Shinsuke Nakamura? Da hieß es ja auch, da soll der Titel, Quatsch, da soll der Vertrag bald auslaufen. Glaubst du, man gibt ihm hier vielleicht nochmal den Title Run einfach so ein bisschen zum Besänftigen? Es gibt ja Gerüchte generell, dass die WWE versucht aktuell alle Worker irgendwie zufriedenzustellen, was sicherlich auf Dauer nicht funktionieren wird. Vielleicht hat man ihm deswegen einen Titel gegeben. Aber ansonsten ist er ja leider, also er ist ein sehr charismatischer und guter Westler. Aber so richtig klickt das irgendwie tatsächlich im WWE-Universum nicht mehr mit ihm. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Aber wo es jetzt mit ihm hingehen soll, das weiß ich nicht. Der US-Title hat jetzt auch nun wirklich aktuell keine große Bedeutung mehr, muss man leider sagen. Ja, da fehlt halt einfach noch ein bisschen was. Also auch, dass man dem Titel dann mal wieder so ein bisschen Standing geben würde. Und dieser häufige Titelwechsel jetzt hier ist vielleicht auch dann nicht so ganz ideal, sage ich jetzt einfach mal. Also mich hat es überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass Shinsuke Nakamura jetzt erstmal irgendwie vielleicht auch ganz aus dem Verkehr gezogen wird und dann erstmal gerepackaged wird oder sonst irgendwas. Mal schauen, wie das da jetzt weitergeht. Also ich glaube aber, dass man jetzt erstmal den Fokus hier eben auf Rusev und Lana setzen wird, was auch schon mal interessant sein wird. Ich habe ganz kurz, bevor wir weitergehen, zu dem Zeitpunkt dann auch gedacht, ja komisch, Shinsuke letztes Jahr noch der Gewinner des Royal Rumbles, der Männer und jetzt hier in der Kick-Up-Show. Aber das sollte ja später doch nochmal auftauchen. Das stimmt, das stimmt. Er ist ja dann auch noch im Rumble-Match der Männer natürlich noch dabei gewesen. Das muss man ja bei diesem Royal Rumble ja sagen, bei welchem Match das dann wirklich gewesen ist, ob Männer oder Frauen, das ist ja diesmal wirklich wichtig. Weil das war ja, ja, da gab es ja Unregelmäßigkeiten, sagen wir es mal so. Da gab es Unregelmäßigkeiten, das hast du gut ausgedrückt. So, weiter geht's mit dem Fatal 4-Way-Um-Die-Cruiser-Way-Championship. Wir haben Kalisto, wir haben Akira Tosawa, wir haben Hideo Itami und natürlich den Champion Buddy Murphy. Und wir haben uns alle eigentlich, glaube ich, viel davon versprochen, weil das sind ja vier durchaus talentierte Leute. Und ich finde, die haben ja auch wirklich einen schönen Zwölf-Minuten-Sprint abgerissen mit vielen spektakulären Aktionen. Und ich muss ehrlich sagen, also wir schwärmen ja sehr viel über Buddy Murphy. Der hat sich hier wieder toll gezeigt. Und ich finde auch, dass ein Hideo Itami langsam so in den Flow kommt, was das angeht. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, genauso wie du es gesagt hast, Buddy Murphy trägt die Division aktuell. Das ist das Aushängeschild von 2 of 5 Live. Und das auch zu Recht, guter Mann, der auch zu Recht den Titel trägt. Und ein Hideo Itami, hier in seinem größten Match bisher bei der WWE, muss man so sagen. Bei NXT hat er ja nie wirklich richtig große Matches gehabt. Und im Hauptsatz, da war er nur bei 2 of 5 Live eingesetzt. Und jetzt hier immerhin noch in der Kick-Off-Show zwar nur, aber bei einem Pay-Per-View. Also das ist für ihn sicherlich auch noch der größte Erfolg bisher. Wobei er nach seinem Standing, was er auch in Japan hatte, sicherlich hiermit immer noch nicht zufrieden sein kann. Also ich glaube nicht, dass der wirklich glücklich ist mit seiner Rolle. Aber er hat hier ein gutes Match mit abgeliefert. Tosawa war auch ein guter Mann, das weiß man, kennt man auch. Und Kalisto, der ja auch schon des öfteren Mal im Cruiserweight-Championship-Rennen schon immer war. Aber Buddy Murphy, den sehe ich gerne. Und ich glaube, von dem werden wir noch eine ganze Menge sehen. Also der könnte auch dann im Hauptwurster mal durchstarten. Das denke ich übrigens auch. Ich denke auch, dass man den da wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht auch nach WrestleMania oder vielleicht ein bisschen später, dass man ihn aus der Cruiserweight-Division rauszieht. Weil der ist inzwischen eigentlich schon da zu gut. Und der ist fast schon verschwendet da, ohne jetzt den Cruiserweight zu nahe treten zu wollen. Aber genauso wie in Mustafa Ali, glaube ich, muss man den irgendwann da rausziehen und dem dann ein separates Programm geben. Auch vom Körperbau her ist das ja bei ihm absolut gar kein Problem. Der ist ja bei den 2 of 5 Live-Leuten ja ohnehin über dem Limit fast schon, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn es offiziell natürlich andersrum heißt. Aber den kannst du auch locker im Hauptroster einsetzen und da eine gute Position geben. Und ansonsten war das hier ein tolles, flott geführtes Match. Ich liebe die Kicks von Buddy Murphy und diese Kniestöße, die er immer wieder bringt. Auch gerade diese Geschichte gegen Kalisto, der angeflogen kommt und da wirklich im letzten Moment zieht Murphy noch das Knie hoch. Finde ich cool. Das war, ich finde, ein schöner, kurzweiliger Abschluss für die Kick-Off-Show. Und insgesamt, ob ich jetzt zwei Stunden Kick-Off-Show mit einer ganzen Stunde Gelaber brauche, weiß ich nicht. Aber die zweite Stunde war dann durchaus unterhaltsam natürlich, muss man sagen. Mit drei Matches, die allesamt solide bis gut waren. Das kann man schon so machen. Und damit kommen wir dann auch zum eigentlichen Event selber, also zum Royal Rumble. Und die eigentliche Frage ist ja auch erstmal, Shaggy, wie fandest du das Setup von der ganzen Arena? Das war ja schon ein bisschen ungewöhnlich mit den vielleicht kleinsten Leinwänden der Wrestling-Geschichte. Ja gut, früher gab es gar keine Leinwände. Ja, das ist sehr umstritten tatsächlich. Also ich sage mal so, ich habe eingeschaltet und habe als erstes diesen Entrance-Bereich gesehen und war tatsächlich geflasht. Ich fand es super. Ich finde, das hat richtig zum Royal Rumble gepasst. Mir hat das wirklich gut gefallen. Also ich weiß, dass du wahrscheinlich andere Meinungen bist. Aber ich fand das wirklich, wirklich gut. Das ist gerade so, dann der Entrance, wenn die Teilnehmer des Royal Rumble rauskamen, in so einem Entrance, wo sie noch kurz die Treppe hoch mussten. Mir hat das mal gefallen. Das war auf jeden Fall mal was anderes. Kann man so machen, finde ich. Ich finde, diese LED-Wände dahinter waren einfach ein bisschen zu klein. Also das war also mein Problem. Die sollten nicht wenigstens mannshoch sein müssen und nicht nur so Brusthöhe. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Da kam für mich jetzt nicht so das absolute Pay-Per-View-Gefühl auf, muss ich ganz klar sagen. Also irgendwie hat da so ein bisschen was gefehlt. Ich meine, klar, dahinter saßen noch Leute irgendwo. Aber weiß nicht. Also mich hat das jetzt nicht so atmosphärisch in den Bann gezogen. Sagen wir es einfach mal so. Da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Da hat mir ein bisschen Prunk gefehlt, was dann eben auch irgendwie dazu gehört. Ich weiß auch, dass David hat da auch schon geschrieben. Der hat sich dann den Event ja auch trotzdem irgendwie selbst live angeschaut. Und er hat ja auch geschrieben, er kommt auf die Entrance nicht klar. Ja, aber ich fand es gut. So stand auch jeder einzelne Teilnehmer mehr im Mittelpunkt. Mir hat es tatsächlich gefallen. Hat mich so ein bisschen an den Royal Rumble 2008, war es, als John Cena gewonnen hat, so ein bisschen erinnert. Weil das ja auch so klein war im Madison Square Garden. War das 2008? Den haben wir noch nicht erst besprochen. Genau. Ein bisschen irgendwie. Das fand ich schon mal was anderes. Kann man so machen. Also sicherlich hat das auch was mit dem Hallensetup zu tun. Das ist wirklich so viele Leute. 48.000 waren es offiziell, knapp über 48.000 in die Halle passen mussten und alle auch was sehen sollten. Von daher, ich kann damit leben. Mir hat es irgendwie gefallen, mal was anderes. Das wird nicht immer so sein. Das wissen wir auch. Aber mal beim Rumble kann man das bringen, finde ich. Genau. Es ist ja, glaube ich, eher ein Baseballstadion, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also eine normale Sportarena. Und ich glaube, da musste man dann ein paar Zugeständnisse machen hier an das Chase Field in Phoenix, Arizona. Wie gesagt, mich hat es jetzt nicht umgehauen. Mir hat da ein bisschen was gefehlt. Du fandest es eine nette Abwechslung. Ich glaube, da gehen einfach die Meinungen auseinander. So ist das dann. Aber du musst doch mal bedenken, Olaf, das war ja für dich jetzt zum Beispiel, war das ja schon Überkopfhöhe. Ja, aber ich trete ja da nicht auf. Das stimmt. Ich habe leider keine Einladung von Vince McMahon bekommen, dass ich Special Entrance im Rumble werden darf. Das wäre eine Überraschung gewesen. Ich sollte ja eigentlich den Platz von R-Truth einnehmen und dann hat naja Jack sich vorgedrängelt, weißt du. Ja, das kann ich verstehen. Aber nehmen wir das jetzt nicht vorweg. Lass uns jetzt zum ersten Match des Abends kommen. Da bin ich nicht mehr dran vorbeigekommen. Auf jeden Fall, erstes Match des Abends, also der Main Card, war das SmackDown Women's Championship Match zwischen Asuka und Becky Lynch. Und ich finde, um hier so meine ersten Eindrücke zu nennen, für mich ist der Kampf ein bisschen langsam in Fahrt gekommen. Ist dann aber am Ende sehr, sehr gut und sehr, sehr wuchtig geworden. Also man hat dann irgendwann gemerkt, dass die beiden dann einen Gang höher geschaltet haben. Das hat ein bisschen gebraucht, meiner Meinung nach. Und dann gegen Ende aber auch gerade als dann das Armwork noch dominanter geworden ist, als dann die Finishing Moves quasi ausgetauscht worden sind, fand ich, war das eine richtig gute Schlacht, muss ich mal sagen. Und auch dieser Neckbreaker vom Atrium, den die beiden da gezeigt haben, da war richtig gute Härte drin. Mir hat das gefallen. Wie war hier dein Eindruck vom Kampferlauf? Das sehe ich eigentlich im Grunde genauso, wie du es gesagt hast. Wobei mir das so ein bisschen das Annähern am Anfang doch eigentlich ganz gut gefallen hat. Weil so ist man langsam in das Match reingekommen. Die beiden haben sich erstmal so ein bisschen abgetastet. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und das Ende war natürlich hervorragend. Also das war spannend. Und dass es dann tatsächlich Asuka ist, die mit dem Aufgabegriff gewinnt, mit der modifizierten Variante ihres Asuka-Logs, war schon überraschend, dass sie per Aufgabe gewinnt. Ich habe gedacht, das wird ein Eingreifen oder wie auch immer von Charlotte oder Wanda oder was da immer passieren. Mir war schon klar, dass Becky wohl verlieren wird und vielleicht im Rumble auftaucht. Aber so auf die Art und Weise, dass sie wirklich clean tappt, war schon eine Überraschung. Aber gutes Match, hat mir gefallen und Asuka Standing danach sicherlich jetzt, die ist auf jeden Fall bedeutsam. Er ist jetzt endlich nie im alten Charakter, den sie bei NXT vollkommen hat, auch im WWE-Universum angekommen, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten ja hier zwei Frauen, die beide Submission-Moves als Finisher benutzen. Und das hat sich ja auch so durch den ganzen Kampf gezogen. Es gab ja dann auch immer wieder diese versetzten, angesetzten Disarm-Her oder dann eben auch den Asuka-Log, auch in den Seilen. Ich fand übrigens auch diesen Disarm-Her auf dem Ringpfosten quasi, der sah auch richtig cool aus. Und auch, dass sie dann immer wieder damit gespielt haben. Es gab ja diesen German-Suplex-Ansatz nach draußen, es gab diesen Neckbreaker vom Apron, wo die beiden wirklich extrem fies gelandet sind. Da war eine tolle Dynamik zwischen den beiden Frauen. Wie gesagt, für mich hat es ein bisschen gebraucht, bis es mich komplett drin gehabt hat. Die Frage ist ja, also wie findest du, dass eine Becky hier ausgetappt hat? Ich meine, natürlich, na, Asuka hilft das extrem. Schadet das einer Becky Lynch, die ja schon nicht nur The Man ist, sondern die ja auch so der harte Hund sein soll hier? Ne, das schadet nicht. Ich meine, so ist sie nicht der Übermensch, nicht die Superfrau oder die Superman, wie es in Cena oder Roman Reigns vielleicht waren. Sondern es zeigt, dass sie auch, ja, eine von den anderen ist und nicht wirklich über den anderen steht, aber gleichwertige Gegnerin hat und sich einfach hochkämpfen muss. Ich finde, das schadet Becky überhaupt nicht. Es stärkt Asuka dafür umso mehr. Ja, ich glaube, wird es auch eher so sehen. Und vor allem hat man damit natürlich auch hier den Grundstein für die Geschichte des Abends eigentlich gelegt. Es ist ja entgegen, was man so auch mal hier und da im Internet liest, es ist ja keine Superman-Story, die hier erzählt worden ist, sondern es ist ja eigentlich eher eine Comeback-Story. Becky fällt auf die Schnauze, scheitert und nutzt dann die Chance, die sich dann ergibt, um quasi doch an ihr Ziel zu kommen, mehr oder weniger. Asuka stärkt das. Glaubst du, es gab ja vorweg diese Gerüchte mit der Title-Unification, glaubst du, das ist jetzt erstmal vom Tisch? Ja, also ich wüsste nicht, wie man es jetzt sonst irgendwie machen sollte. Klar kann das immer noch passieren, aber warum hätte man Asuka jetzt einfach so clean gewinnen lassen sollen, wenn es eine Titelvereinigung geben sollte bei WrestleMania? Ich hätte es befürwortet, so eine Titelvereinigung, ein paar weniger Gürtel würden nicht schaden, jetzt wo auch die Women's Tag-Team-Gürtel bald irgendwie bei Elimination Jamer ausgekämpft werden. Aber so hat man es jetzt nicht gemacht und so hat man Asuka und auch den SmackDown-Womens-Titel gestärkt und auf sie wartet sicherlich eine andere Gegnerin bei WrestleMania. Und das wird auch spannend zu sehen, wer das sein wird. Also es wird nicht zum Rückmensch Becky Lynch gegen Asuka kommen, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht, da bin ich mir auch recht sicher, weil natürlich Ronda und Becky haben ja auch noch eine Rechnung offen. Also mal schauen, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall hier wirklich eine toll erzählte Geschichte, ein dynamisch geführter Kampf. Jetzt auch nicht immer 100% sauber, aber das haben wir ja häufiger mal, aber so im Kern war das eine emotionale Geschichte auf jeden Fall, die hier auch super funktioniert hat. Und du hast es angesprochen, hier den modifizierten Asuka-Lock, der hier gezeigt worden ist. Wir haben früher in anderen Podcasts so gesagt, ja manche Finishing Moves taugen nicht so richtig fürs Fernsehen. Und da haben wir auch die Cattle Mutilation angeführt von Daniel Bryan früher. Der sah ja hier schon ziemlich ähnlich aus, aber für mich hat das gepasst. Und in dem Moment hat das auch quasi nochmal diesem Ende ein Ausrufezeichen verliehen, oder wie siehst du das? Ganz genau so, wie du das gesagt hast. Mehr muss ich da nicht hinzufügen. Ja, auf jeden Fall, mir hat das auch extrem gut gefallen, diese Geschichte. Und da, ja, ich war aber überrascht, muss ich sagen. Ich habe damit gerechnet, dass Becky das Ding hier gewinnt. Und vor allem habe ich nicht damit gerechnet, dass sie tappt. Und egal wie, es war ein toller Kampf, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Der nächste Kampf des Abends war dann das Match um die SmackDown Tag Team Championship zwischen The Bar, den Champions und The Miz und Shane McMahon. Shaggy, wie hat dir eigentlich im Vorfeld die Geschichte mit McMahon und The Miz gefallen? The Miz ist ja dann doch schon eher als klares Babyface unterwegs, auch innerhalb dieses Matches. Wie gefällt dir die Story hier? Am Anfang habe ich mich wirklich schwer damit getan. Also ich dachte, das macht man ja auf jeden Fall nur, um auf ein Match The Miz gegen Shane McMahon hinzuarbeiten bei WrestleMania. Kann auch immer noch so sein, aber tatsächlich seit einigen Wochen hat es irgendwie Klick gemacht bei mir. Und ich finde die Geschichte tatsächlich unterhaltsam. Und irgendwie passen die beiden gar nicht zusammen, aber irgendwie dann doch zusammen. Und das finde ich irgendwie ganz nett. Und mich hat auch tatsächlich das Match mehr gefallen, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Das war ganz nett zu sehen. Und die beiden passen schon irgendwie jetzt plötzlich zusammen. Und das macht Spaß. Ja, es macht irgendwie Spaß. Aber. Es muss ein Aber kommen, ja. Also mir ist das schon wieder ein bisschen zu viel McMahon hier. Also das ist schon sehr dominant wieder. Auch, dass er da wirklich diese. Also er ist ja wirklich der Superman hier gewesen. Also The Miz ist ja wirklich da isoliert worden und ist da von den beiden Champions rund gemacht worden. Gut, aber ich muss schon, da muss ich dich unterbrechen. Also du darfst nicht vergessen, Shane McMahon ist best in the world. Ja. Hör mir auf damit. Nein, aber das ist eben schon schwierig. Und da gibt es eben dann hinterher den Hot Tag. Und dann räumt er da auf. Und diese Schläge sehen halt immer noch kacke aus, muss man sagen. Und dann auch, klar, dieser Dive nach draußen, der sah cool aus. Das lasse ich mir gefallen. Aber auch im Vorfeld, wie gesagt, diese Schläge, wo er dann auch eine Cesaro nach zwei von diesen kleinen Stupsern da irgendwie auf den Tisch gelegt hat. Das finde ich alles nicht so geil. Vor allem, weil auch einfach Cesaro und Shane ist, das sind doch Kleiderschränke. Du hast mich aber nach der Geschichte gefragt. Ja, ich weiß. Nicht nach dem Charakter oder den wrestlerischen Fähigkeiten eines Shane McMahon. Der ist unterhaltsam auf seine Art und Weise. Und ich kann auch verstehen, dass er beim Publikum größtenteils immer noch connected. Aber klar, ich verstehe natürlich deine Kritik. Aber die Geschichte selber ansonsten war okay. Und wenn man sich mit dem Charakter, mit der Persona Shane McMahon, ja, angefreundet hat oder damit leben kann, dann kann man auch mit dem Kampf quasi so leben. Jetzt will ich aber auch mal hören, wie fandst du denn den Kampf hier an sich? Der Kampf war okay, sagen wir mal so. Also sicherlich fand ich es ein bisschen schwierig, dass man Sheamus und Cesaro dann irgendwie hier die Niederlage gibt, weil die eigentlich das mit Abstand beste Tag Team der WWE sind. Und The Miz, Shane McMahon, ja, die werden auf jeden Fall so oder so ein Übergangstag Team sein. Und dass dann eine Barbie dann runterleihen muss, ist schade, aber es ist okay. Die werden sich den Titel sicherlich irgendwann wiederholen. Und was mich eher gestört hat, ist tatsächlich das Finish. Also die Shooting Star Wars von Shane sah gut aus, tatsächlich, schön angesetzt. Aber man hat deutlich in der Kamera ein Bild gesehen, wie Cesaro sich nochmal so richtig hingerückt hat an die richtige Position. Weil da war wichtig, dass er ja richtig liegt. Und das sieht man ganz, ganz deutlich. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil da wusste ich schon, als Cesaro sich so hinrückt und dann die Position einnimmt, das wird wahrscheinlich jetzt das Finish sein. Ja, also für mich haben Cesaro und Shane McMahon ganz oft wie die Deppen ausgesehen. Das so generell, also das ganz oft. Das fing damit an, wo Shane McMahon die beiden da in der Ring-Ecke aufstapelt. Ich fand's auch nicht geil, dass quasi Shane McMahon auch den Cesaro-Swing null zählt. Also der Cesaro schwingt den da acht Minuten irgendwie im Kreis, bis er nicht mehr kann. Und zehn Sekunden später steht dann ein Shane McMahon schon wieder auf den Beinen oder beziehungsweise kontert das mit einem furchtbar ausgeführten Triangle-Choke, der auch so ausgesehen hat, als wenn er den vielleicht mal so im Fernsehen gesehen hätte. Aber das war furchtbar. Und dass dann Cesaro da auch quasi noch antäuschen muss, dass er da ohnmächtig wird, das fand ich ganz schlimm. Und diese ganze Geschichte dann auch, wie gesagt, mit dem Aufstapeln, damit Shane McMahon sein Coast-to-Coast zeigen kann, da sahen beide doof aus. Das Ende sah doof aus, als dann The Mist auch quasi Cesaro in den Broke-Kick reingeschubst hat. Die Shooting Star Press sah schön aus, zweifellos. Aber so insgesamt, ich tue mich da extrem schwer mit dieser Auseinandersetzung und auch mit dem Finish. Also kannst du da wenigstens meine Wachstumsschmerzen da verstehen? Naja, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Also absolut. Tatsächlich, man muss halt vom Charakter und von der Person Shane McMahon absehen. Wenn man den so akzeptiert, wie er dargestellt wird, das ist schwierig, das kann ich verstehen, dann ist es halt ein typisches Match. Und von daher, aus seiner Sicht gesehen, war das vollkommen okay. Aber ich kann auch absolut verstehen, dass du mit dem Charakter Shane McMahon dich nicht aktuell anfreunden kannst. Das war vielleicht mal vor 15 Jahren ganz cool, aber jetzt ist er tatsächlich auch über seiner Zeit. Aber okay, davon abgesehen, irgendwie ist die Geschichte unterhaltsam und darum ging es ja jetzt letzten Endes auch. Ja, die Geschichte an sich war besser als gedacht. Der Kampf war eigentlich genau das Schlimme, was ich befürchtet habe, sage ich dir ganz ehrlich. Das war genau das, was ich hier in meinen schlimmsten Träumen mir ausgemalt habe. Das war kein katastrophal schlechter Kampf, aber es war eben genau die Shane McMahon Show, die ich erwartet habe. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Und wie fandst du die Geschichte, dass hier dann, ja, The Mrs. Vater dann auch noch als, weiß ich nicht, Teammitglied ehrenhalber hier auserkoren worden ist und dann mit den beiden zusammen noch feiern durfte? Ja, ich bin bestimmt dann auch mit Vince und Miss Vater noch abends noch einen trinken gegangen und haben dann noch den typischen Shano Max Tanz gemacht in der Karaoke Bar oder was weiß denn ich. Das ist mir auch egal. Der Miss Vater, der ist ja auch durch Mrs. und Mrs., so heißt die Show, auch ein bisschen mehr wieder ins Rampenlicht gerückt worden. Witziger Typ und der gehört ja auch irgendwie zur Familie The Miss und zum Charakter von The Miss auch irgendwie. Von daher finde ich es vollkommen in Ordnung. Ich fand das ein bisschen witzig, dass als die drei da gepostet haben und der Herr Papa hält dann irgendwie den Gürtel hoch, dass Shane ihm erstmal so zeigt, Nee, nee, du musst schon die Plaketten nach vorne richten, damit wir ein cooles Bild haben, so und ihm erstmal das umgedreht hat. Ja, ach wie gesagt, ich brauche einen Shane McMahon da nicht. Innerhalb der Story ist das okay, aber ob die jetzt nochmal die Gürtel haben müssen, weiß ich nicht. Ob man diesen Kampf so bucken muss, finde ich nicht. Schwierig. Vielleicht sollte man Shane McMahon einfach mal erklären, wenn man richtig schlägt, dann wäre ich glaube ich schon mal ein bisschen versöhnt. So schlägt doch keiner. Dass Shane McMahon schlägt so. Das ist scheiße. Das tut mir echt in der Seele weh. Naja, machst du nix dran. Die beiden sind jetzt neue Take-Team-Champions und werden mal sehen, wie es damit weitergeht. Ich meine, wir können davon ausgehen, dass auf kurz oder lang da der Split kommen wird und dass wir dann eine Fede mit dem Miss gegen Shane McMahon kriegen und dann mal sehen, wie das da weiterläuft. Aber insgesamt bin ich mit diesem Match jetzt nicht absolut zufrieden, auch nicht komplett traurig, aber auch nicht glücklich. Und wir haben viel zu lange über dieses Match geredet, tatsächlich. Ja, aber ich muss mich auskürzen. Ich kenne übrigens noch jemanden, der genauso schlägt und zwar unser lieber Podcast-Kollege Kai. Der hat genau die gleichen Schläge. Ja, garantiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Muss er mir mal zeigen. So, weiter geht's. Mit einem deutlich, deutlich, deutlich besseren Match. Erstmal eingeleitet mit wirklich, wie ich auch fand, ein sehr schönes Interview mit Sascha Banks. Also, Charlie Caruso hat da Sascha Banks nochmal im Vorfeld gefragt, so, wie sieht's denn aus hier, deine Chancen und so. Fand ich cool. Ich finde, dass Sascha auch in dieser etwas raueren Rolle deutlich besser aufgeht als in der, hey, wir sind Best Buddies-Position mit Bailey und so. Auf jeden Fall gibt's danach das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Ronda Rousey und Sascha Banks. Und bevor ich hier meine Tirade loslasse, Shaggy, wie fandst du den Kampf? Ich fand den Kampf super. Also, tatsächlich mehr, als ich erwartet hab. Sascha Banks ist ja in den letzten Monaten, wie du gesagt hast, in einer komischen Rolle gewesen. Sie gehört aber eigentlich zu den Top-Frauen im WWE Raw Star. Das kann man ohne Zweifel sagen. Und mit Ronda hat sie ein richtig gutes Match abgeliefert, was total spannend war. Und auch da ist die Geschichte, wie man am Ende dann gesehen hat, auch noch nicht vorbei. Da wird es sicherlich noch in der Zukunft irgendwas geben. Sascha Banks hat jetzt wieder mehr Profil gewonnen. Das finde ich super. Und eine Ronda Rousey hat wieder gezeigt, dass sie mithalten kann. Und das finde ich gut. Also, mir hat der Kampf richtig gut gefallen, hat Spaß gemacht und gerne mehr davon. Ja, bin ich auch komplett bei dir. Ich finde, die haben mir eine großartige Geschichte erzählt. Und ich kann's dir nicht genau sagen, was das ist. Also, es ist auch bei Sascha Banks, aber auch vor allem bei Ronda Rousey ist es so, die erzeugen bei mir eine ganz besondere Emotionalität. Ist das bei dir genauso? Ich kann's dir nicht genau erklären, wie das ist, aber wenn die irgendwie im Ring stehen, und das hatte ich auch jetzt schon diverse Male bei Ronda Rousey und auch bei Sascha Banks, gerade bei den großen Matches mit Bayley damals bei NXT oder gegen Charlotte oder so. Irgendwas haben die, dass ich da emotional sofort investet bin. Ist das bei dir genauso? Ja, die klicken irgendwie total beim Publikum und auch bei uns. Die schaffen es tatsächlich, einfach die Spannung mit uns zu übertragen. Das ist toll. Also, das schafft nicht jeder Wrestler, das schafft nicht jeder Charakter. Und die beiden sind da auf jeden Fall dabei. Hier wurde ja am Ende auch noch angedeutet, dass es tatsächlich irgendwann zu den Horsewomen kommen wird irgendwie. Also, Sascha Banks hat ja das Zeichen der Horsemen oder Horsewomen gemacht. Und irgendwann wird es zum Aufeinandertreffen kommen. Aber ich befürchte oder hoffe, dass es noch nicht so früh sein wird, weil eine Marina Shafir und eine Jessamyn Duke bei weitem noch nicht so weit sind wie alle anderen. Und da wird es noch ein bisschen dauern. Aber Shayna Baszler, die wird irgendwann ins Hauptluster kommen. Und na, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und wir wissen ja auch noch nicht genau, wie es mit Ronda Rousey weitergeht. Gerüchten zufolge, willst du jetzt erstmal eine Pause machen nach WrestleMania? Also, warten wir es mal ab. Ja, da müssen wir einfach mal schauen. Aber nochmal, um so ein bisschen auf den Kampf hier einzugehen. Ich fand es richtig toll, einfach auch die Geschichte, die da wieder erzählt worden ist. Also, auch diese Sache, wie Ronda Rousey auch den verletzten Arm gerade innerhalb der ersten Matchhälfte da verkauft hat. Und dieser Schlag an den Ringpfosten, wo dann gleich die LED-Beleuchtung ausgefallen ist. Das fand ich schon einen schönen Moment. Das fand ich auch gut, wie man dann diese LED-Wand eingesetzt hat. Die Art und Weise, wie dann im späteren Verlauf diese Armverletzung auch verkauft worden ist. Und wie sich dann eben auch eine Ronda Rousey zurück in das Match gearbeitet hat. Und auch immer dieser Blick, weißt du, wenn sie sich da wieder aufgebaut hat. Mir gefällt das, mir gefällt das total gut. War für dich irgendwann ein Punkt im Kampf, wo du gesagt hast, ja, Sascha gewinnt hier das Ding doch? Das hat mir leider gefehlt, tatsächlich. Also, das hätte ich nie geglaubt, dass Sascha, klar, wurde sie gut dargestellt. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie in dem Match am Ende siegreich hervorgehen wird. Dazu war es einfach, war sie einfach nicht gut genug aufgebaut vorher. Und die Niederlage hat eher gut getan, als dass es ihr geschadet hat. Das war das Einzige, was mir dann an Spannung gefehlt hat, dass eigentlich in dem Fall klar war, dass Ronda siegreich hervorgehen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich tatsächlich gedacht habe, ja, vielleicht wird es ja doch was. Und das war zum einen dieser wirklich widerliche Armhebel, den Sascha da angesetzt hat. Also, wo sie wirklich den einen Arm quasi so über die Schultern gerissen hat und auch wirklich aufs Widerlichste verbogen hat. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es dann doch noch was. Und als es dann noch ins Bankstatement übergegangen ist, hatte ich schon so, nicht Hoffnung, aber ich habe schon so auf jeden Fall mitgefiebert. Und das waren für mich auch so Momente, wo man gemerkt hat, da stimmt A, die Chemie, aber auch eben der Einsatz von beiden. Also, mir hat der Kampf hier sehr, sehr gut gefallen. Da war viel Action drin, da war auch viel Geschichte drin. Es war viel Härte drin, das muss man auch mal sagen, was die beiden sich da gegeben haben. Die haben sich da auf jeden Fall nichts geschenkt. Das Finish kam da für mich ein bisschen überraschend. Also, dieser Gut-Wrench-Powerbomb ist ja quasi da zweimal oder einmal im Vorfeld angedeutet worden. Hast du gedacht, dass eine Ronda Rousey hier per Pintfall gewinnt eigentlich? Nee, ich dachte, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich dachte, sie würde den Armbar ansetzen und dadurch dann siegreich hervorgehen. Aber so war es okay. Aber dass du dann wirklich zwischenzeitlich gedacht hast, dass Sascha gewinnen könnte, zeigt doch, dass du ein kleiner Nerd bist und dass man dich dann doch ein bisschen worken kann. Das heißt, da haben die Damen alles gut gemacht, haben sie alles richtig gemacht. Ich fand, das sah eben auch einfach extrem brutal aus, was die beiden da teilweise gemacht haben. Das ist ja auch gerade der Vorteil von ganz vielen Damen, dass sie so ein bisschen gelenkiger natürlich sind, weil die ein bisschen weniger Muskelmasse haben. Und das sah auch echt fies aus, oder? Aber gerade, das sind ja zwei Damen, wahrscheinlich die beiden Damen, die am wenigsten Rücksicht auf sich nehmen. Ja, gut, mit Charlotte kann man auch noch dazu reden. Aber gerade eine Sascha, die nimmt ja überhaupt keine Rücksicht auf ihren Körper und ihre Gesundheit. Und Wanda ist auch richtig hart, ein harter Hund einfach. Und das war toll, das war ein hartes, richtig krasses, gutes Match. Hast du auch immer so Angst bei Piper's Pit, dass der, gegen den die Aktion ausgeführt wird, sich irgendwann das Genick bricht dabei? Somit habe ich jetzt nicht gedacht, aber hoffen wir, dass es nie passieren wird. Ach, achte mal da drauf, wie wenig Platz da oftmals nur noch zwischen Kopf und Matte ist. Also während die da diese doppelte Drehbewegung machen. Ich habe jedes Mal gedacht so, Alter, irgendwann stoppt die Sascha da mit der Stirn einfach auf dem Weg nach unten oder so. Also das sieht schon fies aus. Und am Ende, wie gesagt, gab es dann diese Kombination aus Gatrange-Powerbomb und dann eben den Piper's Pit. Und dann auch sehr schön, wie ich fand, auch mit dieser Brücke in den Pin. Das hat mir auch echt gut gefallen, weil das auch der Sache noch mal so ein bisschen Nachdruck verliehen hat. Und ja, dann war die Sache hier eben gelaufen. Und du hast es gesagt, es gab dann die ersten Andeutungen. Die beiden haben sich erst mal die Hand geschüttelt. Übrigens immer schön mit links, weil ja der rechte Arm bearbeitet worden ist. Auch da ein schönes Detail. Und man hat schon gemerkt, dass Sascha Banks sich eigentlich immer gedacht hat, ey, wir sind noch nicht fertig miteinander. I'm not finished with you und so. Und dann gab es ja irgendwann die vier Finger, die da aufgezeigt worden sind. Ich bin auch der Meinung, dass Shafir und Duke noch nicht so weit sind. Trotzdem wäre das schon interessant zu sehen, meiner Meinung nach, oder? Ja, auf jeden Fall. Da warten wir ja schon sehr, sehr lange drauf. Aber dadurch, dass man die beiden, Marina und Jasmine, jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, hat man auch gemerkt, dass die einfach noch nicht so weit sind. Lasst uns denen lieber ein bisschen Zeit geben. Und dann gibt es irgendwann wirklich ein großes, gutes Match. Ja. Naja, ich meine, sie würde ja zumindest Gegnerinnen gegenüberstehen, die es ja drauf haben, sagen wir es einfach mal so, mit Bailey, Charlotte und Konsorten. Also, die können es ja, sagen wir es mal so. Vielleicht können die die auch zu einem richtig guten Match ziehen. Man weiß es ja nicht. Ja, aber die haben auch trotzdem noch nicht das Standing und noch nicht die Ausstrahlung. Also, die Four Horsemen damals, das waren ja immer charismat. In der Regel, okay, die Original-Four-Horsemen waren ja richtig charismat. Ja, Steve Mongo, McMichael. Richtig charismatische Menschen. Und die Four Horsemen des Westlings, sagen wir mal so, also Charlotte und Konsorten, sind es ja auch. Von daher, lasst uns denen bitte noch ein bisschen Zeit geben, dann freue ich mich richtig drauf. Ja, aber ich weiß halt eben nicht so genau, ob WWE da die Geduld hat, weil die Andeutung ist jetzt ja da. Also, das ist ja die erste konkrete Andeutung wirklich mal gewesen. Naja, es gab schon diverse Andeutungen, bevor alle auch richtig unter Vertrag waren, gab es schon diverse Andeutungen. Das stimmt. Das wird irgendwann passieren. Vielleicht ist es ein Main-Event bei einer Survival Series passenderweise. Warten wir es ab. Ja, mal schauen. Also, auf jeden Fall wieder toller Kampf. Und da auch auf jeden Fall würde ich mich auch über eine Fortsetzung freuen, weil das war richtig gut, was die beiden da abgeliefert haben. So, bis hierhin bin ich echt sehr zufrieden mit dem Rumble-Event. Eigentlich gewesen. Trotzdem, das Tag-Team-Match, was mir nicht so gefallen hat, aber beide Damen-Matches haben ja hier gut abgeliefert, muss man so zu sagen. Und auch mal da der ganz kleine Wink mit dem Zaunfall. Übrigens haben mehr abgeliefert als das Damen-Match bei NXT TakeOver. War so nebenbei. Weiter ging es dann mit dem Match, ja, von wegen hier, Women's Royal Rumble und so. Und Shaggy, da muss ich sagen, da habe ich mich in der Anfangsphase extrem schwer getan. Also, gerade diese erste Konfrontation mit Lacey Evans und Natalya, das war harter Tobak. Ich weiß nicht, was Lacey Evans da irgendwie in ihrem Kaffee am Morgen gehabt hat oder wo auch immer. Was war das denn? Ich kann es dir nicht sagen. Also, es geht mir auch ganz, ganz genauso, dass ich mich am Anfang sehr, sehr schwer getan habe mit dem Match. Das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam der Moment, wo es wirklich Klick gemacht hat und ich dann richtig begeistert war von dem Women's Royal Rumble. Ich weiß, das sehen viele vielleicht anders, aber ich war dann, kann ich auch dann gleich nochmal darauf eingehen, wann es soweit war. Aber am Anfang ist es so vor sich hin gedümpelt und dann dachte ich, oh je, das wird nix irgendwie. Und dann wurde es trotzdem irgendwie richtig gut und richtig spannend, meiner Meinung nach. Aber Lacey Evans hat nicht unbedingt den besten Tag gehabt, tatsächlich. Nee, das war ziemlich grauenvoll. Also, man hatte natürlich das Gefühl gehabt, dass sie super nervös ist. Das ist ja auch fair enough, vielleicht bei so einem großen Auftritt dann im Main-Roster zu debütieren. Das ist ja auch einfach ein wahnsinns Druck, der da auf einem lastet. Und ich glaube, sie hatte sich extrem viel vorgenommen und dann lief einfach alles schief. Und das war ja schon die erste, ich weiß gar nicht mehr, was die erste akrobatische Aktion war, womit sie da ausweichen wollte. Das war dann schon schrecklich. Was ich richtig schlimm fand, war dieser Kipp-Up, den sie versucht hat und einfach nur auf dem Arsch gelandet ist dabei. Also, ich kann mich daran erinnern, wir haben sowas mal versucht in der Schule zu trainieren, als ich irgendwie 10, 12, 15 war oder sowas. Und genau so sah es bei mir auch aus. Also, vielleicht hätte ich doch bei der Women's Battle Royale mitmachen können, ich weiß es nicht. Ja, Lacey Evans ist sehr früh auch jetzt ins Hauptbluster gekommen. Die hat einen interessanten Charakter, die ist nicht schlecht im Ring. Da fehlt aber auch noch ein bisschen und ich glaube, aus der kann doch auf jeden Fall was werden. Ich meine, man sagt ja jetzt schon Schale 2.0, aber das ist noch ein bisschen übertrieben. Aber das ist auf jeden Fall eine Frau, der die Zukunft gehören kann. Aber dann muss sie auf jeden Fall bessere Tage haben, als an diesem Tag. Aber trotz allem war sie ein besonderer Farbtupfer im World Rumble. Und klar, ist nicht jetzt unbedingt nur positiv aufgefallen, aber ich finde es gut, dass sie da ist. Und ich mag ihren Charakter und ich glaube, wir werden noch einiges Gutes von ihr sehen in Zukunft. Ja, wir können es ja ganz vorsichtig ausdrücken. Auf jeden Fall, das Debüt ist hier nicht besonders gelungen ausgefallen. Sagen wir es einfach mal so. Das hätte anders und besser laufen können. Sie hat auf jeden Fall das Potenzial, sich zu verbessern. Ja, genau. Schwimmer kann es auch nicht mehr werden, glaube ich. Also, das war ziemlich grauenhaft. Ich hatte am Anfang ein bisschen den Eindruck, als verließe man sich so ein bisschen auf Natalya, dass die irgendwie alle jungen Leute da so ein bisschen durchzieht. Das ging ja dann weiter mit Mandy Rose, die dann reingekommen ist, die nicht so mega erfahren ist. Dann Liv Morgan ist ja sofort im Hohenbogen rausgeflogen. Klar, da kam noch eine Mickie James rein, die aber so gar keine Rolle so wirklich gespielt hat. Wie hat dir das gefallen, dass auch gerade eine Natalya hier so als Veteranin quasi so prominent dargestellt worden ist? Sie war ja sehr lange da. Ja, sie war sehr lange da, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob sie wirklich so prominent dargestellt wurde. Also, so die meiste Zeit habe ich sie gar nicht gesehen im Ring. Da war sie irgendwie da. Und dann dachte man, oh, Natalya, da ist sie ja noch. Aber so richtig aufgefallen ist sie nur durch dann ein paar Eliminierungen. Aber ansonsten hat sie jetzt nicht wirklich eine, ja, wichtige Rolle im Ring gespielt, außer dass sie lange da war. Aber du hast Liv Morgan gerade so einfach abgetan. Klar, sie war nur ganz kurz im Ring, eine knappe Minute, noch nicht mal. Die sah aber ganz schön süß aus, muss man sagen. Du kannst dich gleich neben Corey Graves setzen, weißt du das? Die haben ja, er hat ja auch nur geschwärmt. Ja, finde ich, ich mag ihren aktuellen Look sehr, muss ich sagen. Also, sie hat sich wirklich gut gemacht. Und ich finde auch immer die White Squad immer, immer interessanter. Tolle Gruppierung geworden. Am Anfang hat man ja verständlicherweise noch über die geschimpft. Aber ich finde sie sehr unterhaltsam, obwohl sie hier beim späteren Verlauf ja auch ein bisschen nervige noch Einsätze hatten. Aber egal, da kommen wir später dazu. Genau. Ich habe übrigens gerade Liv Morgan und Mandy Rose durcheinander geschmissen. Liv Morgan war ja nicht allzu lange drin. Die ist ja einmal reingekommen und dann wirklich im hohen Bogen wieder rausgeflogen. Ja, lass mal. Ich würde die beiden niemals verwechseln. Ich würde die beiden niemals verwechseln. Ich meine Liv Morgan. Ja, was ich ganz gut fand, ich mochte diese Geschichte, die dann mit den Iconics erzählt worden ist, die ja dann wirklich, wo sich erst mal Billie Kay nicht so richtig reingetraut hat und wo dann Nikki Cross ja als Nächste ins Match gekommen ist und die beiden dann da, ja, wo es dann eben weiter gegen Peyton Royce dann reingekommen ist. Und ich mag ja die Iconics auf ihre Art und Weise. Ist das bei dir genauso? Ja, ich fand sie eher da ein bisschen nervig. Das war auch noch der Moment, wo ich noch nicht richtig connected hatte mit dem Rumble. Erst sagt ja Peyton Royce, dass sie dann auf ihre ... Nee, Billie Kay sagt, dass sie auf ihre Partnerin noch irgendwie warten möchte. Genau. Und dann war sie aber plötzlich trotzdem im Ring, nachdem sie zwischendrin noch mal eine Aktion außerhalb des Rings kassiert hatte. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber egal. Sagen wir mal so, sie kam dann, waren dann irgendwann doch beide Iconics im Ring. Und zusammen sind die super. Aber so einzeln, schwierig im Moment noch. Zumindest mit ... Ich finde die ganz lustig. Nikki Cross finde ich auch super. Das fand ich aber, diesen Eingangsspot fand ich ein bisschen merkwürdig, weil dann auf einmal alle im Ring anwesenden Frauen sich so in eine Ecke gestellt haben quasi, dass Nikki Cross auch ja drauf springen konnte. Das hat für mich wieder so ringpsychologie-technisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber naja. Vielleicht war das ja abgesprochen, oder? Möglicherweise. Also, dass da Termina noch mal so den Big Show-Moment gehabt hat und da aufräumen darf, das brauche ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das war auch für mich dann zu dem Zeitpunkt das absolute Lowlight tatsächlich beim Grummel. Hat die noch mal runtergezogen mit Termina, kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dass Termina auch noch eine Mickie James eliminieren darf, fand ich irgendwie too much. Also Termina ist, glaube ich, wir schimpfen ja alle über Naya Jaxx, aber für mich ist Termina die überschätzteste Wrestlerin im gesamten Oster. Sorry. Ja, die ist halt da, weil sie groß ist so ein bisschen. Wie hat dir denn das Debüt von Xia Li gefallen, hier der ersten Chinesin in einem Royal Rumble? Ja, ja, war auch ein bisschen unglücklich tatsächlich. Also ich finde, sie war da, es war gut, dass sie sich zeigen durfte, sicherlich für den chinesischen Markt. Total interessant, die chinesischen Kommentatoren, die wir ja alle so lieben, die haben sicherlich, sind total abgegangen. Aber so für mich hat sie, hat es nicht richtig funktioniert. Also ein paar Aktionen sind auch daneben gegangen. Aber sie war sicherlich auch sehr aufgeregt. Also das ist eine Wrestlerin, die sicherlich in der Zukunft noch mehr zeigen kann. Aber hier fand ich sie jetzt nicht wirklich überzeugend. So, jetzt musst du mir aber mal sagen, so kleiner Tipp am Rande. Wann ist denn dein Punkt gekommen, dass du im Match drin gewesen bist? Kam der erst später? Der kam erst sehr spät, aber ich war da nicht erst in einem Match drin, sondern für mich hat sich das Match dann noch gedreht. Und ich dachte, eigentlich ist es total cool. Weil im Grunde passiert ja eigentlich nicht so viel. Das ist ein bisschen hin und her und die gleichen Charaktere. Nicht viele Überraschungen, außer dass ein paar NXT-Leute, selbst oder Leute, andere kamen. Der Moment, als ich plötzlich richtig geflasht war, war tatsächlich, als die ehemalige UK-Women's-Championess zum Ring kam. Ja, Rhea Ripley. Und 24 erst, also tatsächlich sehr, sehr spät zum Ring. Und irgendwie dachte ich, wow, eigentlich werden hier die neun Leute, das ist tatsächlich ein World Rumble für die Gegenwart und für die zukünftigen Wrestler. Und das fand ich dann schon irgendwie richtig cool. Und ab da war ich komischerweise total drin. Und mir hat das dann, was im Vorfeld gefallen, nicht so gefallen hat, plötzlich auch dann gefallen. Ich kann es nicht erklären, wie das war. Rhea Ripley hat eine ganz besondere Ausschreibung, die mir vorher noch nicht so klar war. Und die war eine Riesenbereicherung, fand ich jetzt beim Wumble. Und hat dem ganzen World Rumble irgendwie ganz, ganz gut getan. Und hat dann auch so Leute, die nur einen Kurzauftritt irgendwie hatten, oder auch die neuen Leute irgendwie richtig cool dargestellt. Und dann, wo wir am Anfang auch schwer getan haben, war dann zum Beispiel, als Mary Canales zum Ring kam, die hatte ich ja auch total vergessen. Und als es dann dieses Segment mit Alicia Fox gab, dachte ich, das ist auch irgendwie ganz seltsam. Aber irgendwie, du magst Alicia Fox nicht, das weiß ich. Aber irgendwie finde ich sie unterhaltsam. Ich kann es nicht erklären. Und Candice LeRae war auch dabei, da habe ich mich dann gefreut. Aber das kam halt wirklich erst, als dann später mit Nummer 24, als dann Rhea Ripley zum Ring kam. Ich kann es nicht erklären, ich fand es cool. Ja. Du hast jetzt natürlich ein paar Sachen übersprungen. Ich habe eigentlich gehofft, dass du sagst, also der beste Moment im Rumble war für mich der Streit um den Hut von Alicia Fox. Den fand ich gar nicht so schlimm. Das fand ich grauenvoll. Das war ganz schlecht geschauspiel. Das war ganz schlimm. Aber es passt irgendwie zu Alicia Fox. Die ist ja so trüber. Ich kann, also ich bin jetzt nicht fasziniert von Alicia Fox und sie ist auch bei weitem keine gute Wrestlerin, keine gute Darstellerin, keine gute Schauspielerin. Aber die ist so trüber, dass sie irgendwie doch unterhaltsam ist. Und dann mit Maria Canales, die nun wirklich gar keine Rolle spielt, so eine kleine Story zu machen. Seltsam. Aber egal, ich fand es okay. Ich war erstaunt über die Stabilität des Huts. Ich möchte gerne diesen Hutmacher irgendwie kennenlernen, der einen Hut gebaut hat, der aushält, dass da jemand drauf tritt. Das finde ich super. Oder steckt da drunter irgendwie einen Stahlhelm oder sowas. Also so weit ich irgendwie Alicia Fox irgendwie verstehe, müsste das wahrscheinlich ein Aluhut sein. Wahrscheinlich drunter. Wahrscheinlich. Also ich fand das schlimm. Ich fand das schlimm. Ja, ich verstehe es auch. Aber es war aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Und was mir besonders, da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu. Zwei Sachen möchte ich noch hervorheben. Selina Vega, die Geschichte, als sie sich unter dem Ring versteckt, immer mal rausgeschaut hat, war total witzig. Und ich hatte da schon die ganze Zeit an den Hornsworkel gedacht. Ich weiß nicht, ob es dir auch genauso ging. Ich habe die ganze Zeit an den Hornsworkel denken müssen. Und dass er dann wirklich auftaucht, war für mich vielleicht das Highlight tatsächlich dieses World Rumbus. Ich weiß, das ist vielleicht eine komische Meinung. Aber so insgesamt war für mich das echt ein Riesenhighlight, dass dann der Horn, der wirklich Hornsworkel, aus der anderen Seite vom Ring geschaut hat. Das war so ein guter Moment. So ein guter Moment. Creepy Hornsworkel. Ja. Es war seltsam. Aber es war echt ein toller Moment für mich. Also gut, ich kann auch die Kritik verstehen. Und wer mich auch total überzeugt hat, war Casey Cantesaro. Die super süße Frau. Und klar, auch nicht unbedingt körperlich die größte. Aber die hat einiges drauf. Die muss im Wrestling noch ein bisschen lernen. Die war ja auch bei Ninja Warrior ist sie, glaube ich, Gewinnerin gewesen. Ich glaube, die erste Frau, die im Ninja Warrior überhaupt den kompletten Parcours geschafft hat. Und dadurch ist sie auch ein Star, schon so ein bisschen ein kleiner Star in Amerika gewesen. Die ist einfach so, dass das Babyface schlechthin, also wenn man noch ein bisschen an der arbeitet im Ring, kann aus der eine ganz, ganz große werden. Vielleicht nicht körperlich, aber so als Wrestlerin definitiv. Wir hatten hier im Rumble gleich zwei Kofi Kingston Momente. Wir hatten ja einmal den von Naomi, die da einmal auf die Balustrade draußen gelandet ist und dann einmal entlang balanciert ist und dann wieder zurück auf die Treppe. Und dann von Casey Cantesaro hatten wir das ja dann auch nochmal, die ja dann auch auf dem Rücken gelandet ist und dann sich per Handstand laufen quasi zum Ringpfosten gerettet hat. Und dann wieder rüber. Also ich fand beides cool. Ich muss sagen, mir hat das von der Frau Cantesaro da besser gefallen. Und dann haben wir aber einen ähnlichen Spot, also nochmal so einen Kofi Kingston Spot, haben wir natürlich dann auch mal von Kofi Kingston hinterher selber gesehen. Also mir persönlich werden diese kreativen Rettungsmanöver langsam ein bisschen viel. So mal finde ich das richtig gut und unterhaltsam, aber so, dass ich das gleich zweimal innerhalb fand. Das war ja wirklich innerhalb von wenigen Minuten. Also Naomi ist als 16 reingekommen, Casey Cantesaro als 19. Ich stimme dir übrigens vollkommen zu, also was so die Körperbewegung und die Dynamik angeht von Casey, super geil. Das hat mir super gut gefallen. Aber sind hier diese Kofi Kingston Momente, diese kreativen Rettungsmanöver nicht auch ein bisschen zu viel? Und wann hüpft wieder einer auf einem Bein um Ring wie Jerry Lawler? Naja, sagen wir mal so, also klar war das ein bisschen gehäuft, viel mehr als man es gewöhnt ist. Aber ein Kofi Kingston muss ja ein Kofi Kingston-Moment haben. Muss ja so sein. Eine Naomi, da hat man es ja auch irgendwie etabliert im letzten Jahr schon, dass sie auch so einen Moment haben muss. Das wird jedes Jahr so sein, bei beiden, wenn die noch weiter teilnehmen. Und eine Casey Cantesaro, das ist ja auch, das ist ihre Stärke. Und die hat beide in diesem Jahr locker in die Tasche gesteckt mit ihrer Aktion. Von daher finde ich es okay. Kann man machen. Aber Casey war sicherlich, die Aktion von Casey war sicherlich für mich die beste. Ja, war beeindruckender auf jeden Fall bei New Day. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, war das eher so ein bisschen gewollt. Und da hat man auch das Gefühl gehabt, dass Kofi da auch schon mal mit beiden Füßen schon vorher auf dem Boden gewesen wäre. Das war ein bisschen merkwürdig. Selina Weger fand ich auch super, unterschreibe ich komplett. Wie fandst du diese Geschichte, die um die Riot Squad noch gesponnen worden ist? Da sind ja dann wirklich, als Ruby Riot als 21 reingekommen sind, sind ja dann auch wirklich nochmal Sarah Logan und Liv Morgan mit rausgekommen. Und haben wir dann, wir haben sie dann alles attackiert. Die haben eine Charlotte attackiert. Ich glaube, sie haben ja auch eine Kairi Sane, glaube ich, auch attackiert. Und ein paar andere auf dem Fall auch. Candice haben sie auch attackiert. Genau, Candice haben sie auch attackiert. Wie war das für dich? Hat das für dich gepasst? Ja, das passt schon zur Riot Squad, weil die ja die Anarchie-Stables auch so ein bisschen sind. Aber ich fand es ein bisschen viel, tatsächlich. Also wenn wir uns am Anfang gemacht haben, sie dann rausgeschickt werden, hätte es auch gereicht. Also die Riot Squad ist eine coole Gruppierung, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Die macht mir inzwischen tatsächlich richtig Spaß. Und Ruby Riot ist eine großartige Wrestlerin, sicherlich die beste der dreien. Und eine, die auch oben mitspielen kann. Von daher kann man, die wurde auch stark dargestellt dann auch, als die Riot Squad dann auch nicht unbedingt noch da waren. Finde ich gut, aber musste nicht so die ganze Zeit sein. Kann man mal machen. Ja, ich fand das als zulässiges Element innerhalb des Rumbles echt gut. Ich fand es auch gut, dass die quasi draußen geblieben sind und nicht in den Ring gekommen sind, da irgendwie Leute attackiert haben. Weil so hat es für mich ein bisschen mehr diesen Chaos-Charakter gehabt, sagen wir es einfach mal so. Wenn die jetzt angefangen hätten, den Ring zu klären, wäre mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. So haben sie ja eingegriffen, aber eher, also schon direkt, aber dann doch eher so, dass man es noch irgendwie verstehen konnte. Also innerhalb des Regelwerks. Meine Meinung zu Rhea Ripley ist übrigens genau dieselbe wie bei deiner. Also ich finde die super toll. Die hat sich auch unfassbar entwickelt vom Körperlichen her. Die hat eine tolle Präsenz im Ring, die wirkt aufgrund ihrer Muskelmasse unglaublich beeindruckend. Ich finde die toll und ich glaube auch, dass die eine sehr, sehr große Rolle hier spielen kann. Und wir haben ja auch noch zwei Japanerinnen gesehen. Aber ganz kurz, bevor du nicht sorgst, dass ich unterbreche, mach ich ungern. Aber noch kurz zu Rhea Ripley. Stimmt doch gar nicht. Ich bin doch nicht der David, hallo. Liebe Grüße an den David. Zu Rhea Ripley, bevor wir zu den tollen Japanerinnen kommen. Ich war vorher nie der Fan von Rhea Ripley. Die hat mich nicht wirklich interessiert und ich habe nie wirklich Kämpfe von ihr so richtig angeschaut. Klar, Kämpfe gegen Toni und so. Schon gut, aber so richtig hat es bei mir noch nicht Klick gemacht gehabt. Und das war jetzt, als sie reinkam nur allein, für ihre Präsenz, hat sie für mich den Rumble aufgewertet. Und ich kann es nicht erklären, warum das so war, aber es war halt so. Und das möchte ich einfach nur nochmal hervorheben. Also ich glaube, von der werden wir in Zukunft noch einiges hören. Die hat tatsächlich auch die Ausstrahlung, nicht nur das Können. Bin ganz gespannt. Tatsächlich, die beiden Japanerinnen sind ja auch tolle Wrestlerinnen. Also Yoshirai mit die beste, eine der besten Wrestlerinnen der Welt, ohne Zweifel. Zumindest hat sie es in Japan so gezeigt. Die waren aber nicht zeitgleich im Ring, tatsächlich. Carrie Zane. Nee, das stimmt. Als Carrie Zane zum Ring kam, gab es einen Riesenpop. Also die ist super beliebt. Auch die kommt beim BB-Universum super gut an. Die wurde ja dann leider aber eliminiert von Ruby White auf eine unschöne Art und Weise. Das sah schon krass aus, fand ich, wie sie rausgeflogen ist. Ich hatte übrigens Angst, dass Carrie Zane bei ihrem Sprint zum Ring stolpert und sich das Fernglas ins Auge rammt. Ja, das ist richtig. Generell finde ich es ein bisschen seltsam, wie viele dann auch zum Ring gechumpt sind. Also jetzt nicht nur hier bei den Damen, auch bei den Herren. Da haben sie einige wirklich einen Riesensprint hingelegt, wobei Leute wie Wendy Orton einfach ganz cool lässig zum Ring gelaufen sind. Wie man es eigentlich machen soll, dann hat man ja einfach nochmal mehr Zeit. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Genau, aber mir jetzt auch so generell, also wie ihr hier auffällt, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja wirklich diesen Retro-Rumble so ein bisschen gehabt haben, wo halt ganz viele Damen aus der Vergangenheit mit dabei gewesen sind, also Lita, Tristratus, Molly Holly und ich weiß nicht, wer noch alles, hatten wir jetzt ja hier wirklich ganz viele aus der Zukunft quasi, auch von NXT, da ist das wirklich einmal aufgefüllt worden, oder auch von NXT UK. Und ich habe jetzt tatsächlich noch ein bisschen auf Toni Storm gehofft, muss ich sagen. Das hätte ich auch noch toll gefunden, ist leider nicht so gekommen. Aber gerade gegen Ende fand ich auch, dass man es geschafft hat, wirklich so das Top-Talent so zusammenzustellen, dass man eigentlich daran geglaubt hat, also dass das wirklich auch sich hochwertig angefühlt, im Vergleich zu den 20 Kandidatinnen vorher, wo man gedacht hat, so okay, das ist Filmmaterial. Aber am Ende hat man dann doch schon gedacht, so ja, das ist ja schon ganz gut, was hier im Ring steht. Und das hat dann für mich auch die Spannung ausgemacht. Und da müssen wir natürlich dann hier über das Finish dann reden, Nummer 28 Lana. Und Lana ja mit ihrem gebrochenen Fuß hat ungefähr 30 Meter innerhalb von anderthalb Minuten zurückgelegt. So, bevor dann irgendwann Becky rausgekommen ist. Wie war dieser Moment für dich? Ja, sagen wir mal so, also, es ist schon komisch, dass sie dann mit dem, ja, war das schon eingegipst oder zumindest verbunden, das Bein, dass sie dann zumindest die Freigabe bekommen hat, dass sie dann zum Ring humpeln darf, ganz, ganz langsam. Das sollten die offiziell ja Backstage schon gemerkt haben, dass sie wahrscheinlich nicht so schnell zum Ring kommen wird und dass es wahrscheinlich nicht so funktioniert. Aber es ist halt auch Westing. Von daher war es okay, es hat zu der Story gepasst und es, ja, Lana hat es versucht, aber ging halt nicht. Und finde ich, Becky ist dann auch, so hat man Becky gut ins Match geschrieben, finde ich schon ganz gut. Ich fand es, ich fand es ein bisschen ulkig, dass sie halt eben sich erst mal in den Entrance-Bereich stellt, jubelt und grinst und danach so, ah, so Peter Griffin-mäßig. Was ich sehr schön fand, dass sich ja quasi auch eine Becky Lynch dann von Finlay quasi das Okay geholt hat, um auch in den Ring zu gehen. Das hat mir dann gut gefallen, dass sie nicht einfach zum Ring gestürmt ist, so nach dem Motto, ja, ich bin's jetzt halt, sondern dass sie dann quasi den offiziellen Weg gegangen ist und dann eben gefragt hat, so, komm, ich mach das, ich mach das. Und dann ist sie in den Ring gekommen. Naya Jax hat ja vorher Lana auch noch mal attackiert. Ja, und dann hatten wir hinterher wirklich dann das große Finale. Und wir hatten auch noch eine Alexa Bliss natürlich, die mit dabei gewesen ist. Genau, die hast du vergessen. Und wir hatten auch noch eine Sonne Deville, die darfst du mal gar nicht vergessen, obwohl die keine Rolle gespielt hat. Aber Sonne Deville darf man nicht vergessen. Alexa Bliss, schön, wie sie wieder im Ring zu sehen. Aber ganz kurz nochmal zu Becky. Die hatte jetzt nicht nur das Okay von Finlay bekommen. Es gab ja schon Becky Rufe, als Lana schon zum Hingring gestürmt gerumpelt ist. Also das hat man schon richtig gut gemacht. Das hat gepasst. Man kann ja auch einfach eine Nummer 30 attackieren und geht einfach so zum Ring. Und das hat man später am Abend ja auch nochmal gesehen. Da braucht man nicht das Einverständnis, die Offiziellen. Das kann man auch einfach so machen. Aber in dem Fall war es schon ganz gut. Also ich finde, das hat man sehr, sehr gut gelöst. Und nochmal zu Alexa Bliss. Toll, sie wiederzusehen. Schön, dass sie wieder da ist. Und ich glaube, sie wird jetzt auch wieder eine größere Rolle im Ring spielen, weil sie es einfach darauf hat. Ja, das denke ich auch. Bayley eliminiert übrigens sämtliche Wrestlerinnen mit einem R im Vornamen. Also Ruby Riott und Rhea Ripley. Das ist mir gerade so aufgefallen. Sämtliche, ja. Ja, ich fand das nur witzig, Entschuldigung. Aber Bayley wurde auch gut dargestellt. Also Bayley wurde auch wieder stärker dargestellt. Von daher hat man da einiges gut gemacht. Naya Jax stand auch gut da, so auch in der Art und Weise, wie man sie präsentiert hat. Sie hat Io Shirai und Natalya eliminiert. Alexa Bliss hat Amber Moon rausgeworfen und dann eben selber eliminiert worden von Carmella und Bayley. Charlotte wiederum hat eine Carmella rausgeschmissen. Ich fand auch, Carmella sah auch gut aus, so in der Art und Weise, wie man sie da präsentiert hat. Das war für mich okay. Auch als Nummer 30, klar war das jetzt dann nicht der Paukenschlag Nummer 30, aber das war ja Bayley. Und das war wirklich, äh, Bayley, war ja Becky. Und dieser Entrance von Becky, als dann auch die Musik nochmal eingespielt worden ist, ich gebe es zu, da hat mein Herz einen kleinen Sprung gemacht irgendwie. Ich fand das echt toll, als sie dann reingekommen ist und dann so, ja, okay, es besteht noch die Chance, weil ich glaube, ich glaube auch David zum Beispiel geht es ja genauso. Der ist ja auch ein totaler Becky-Nerd momentan. Ich habe mich so darüber gefreut, dass sie jetzt dann quasi doch nochmal damit teilnehmen kann. Und für mich stand es dann eigentlich auch fest, dass sie das Ding gewinnen wird. Und, ja, die finalen drei war dann auch schon, wie wir, glaube ich, auch hier schon im Podcast so ein bisschen vermutet hatten, waren dann Becky Lynch, Charlotte und Naya Jax. Und ich fand das Finale, fand ich dann auch wirklich gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hat mir Spaß gemacht. Und, ja, wie fandest du diese Verletzungsgeschichte, die dann zum Ende noch aufgekommen ist? Also, als dann Becky ja Naya attackiert hat und dann eben außen an der Treppe quasi nochmal entlang gehen wollte und Naya schubst sie dann runter und dann hat auch Becky plötzlich ein Aua-Wee. Finde ich gut, finde ich richtig gut gelöst und Becky hat das auch super gut verkauft. Hat das Match dann nochmal spannender gemacht, fand ich am Ende. Also, die Verletzung auf jeden Fall sehr, sehr gut verkauft. Besser, als es ein Self-Wiolens irgendwie so generell immer macht. Entschuldigung, hat sie richtig gut gemacht. Aber ich möchte gerne noch eine andere Person erwähnen, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die aber auch eine gute Rolle im Gumbel gespielt hat und bei der man auch gezeigt hat, dass ihr auch Teile der Zukunft gehören. Und zwar Amber Moon, die hat auch eine gute Rolle gespielt, fand ich. Das stimmt. Also, muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen, gut dargestellt. Das Finale war, ja, man kann von Naya halten, was man will. Das Publikum hasst sie. Da gibt es diverse Gründe und die Heel-Rolle füllt sie halt irgendwie aus. Ich mag sie auch überhaupt nicht. Ich mag sie auch eigentlich gar nicht gerne sehen, weil sie wirklich gefährlich workt teilweise. Auch hier einige Aktionen, die Eliminierung von, ich glaube, Io Shirai ist auch unsanft gelandet. Eine Tellier-Eliminierung war auch nicht so assrein. Aber es ist halt auch eine Naya Jack. Von daher, schwieriger Charakter, aber die WWE sieht in ihren Heel-Persona und die verkörpert sie richtig gut. Muss man so auch sagen. Also, wenn sie jetzt nicht die Beste im Ring ist, aber das Publikum hasst sie. Ich glaube, niemand ist so verhasst im Moment aktuell wie Naya Jacks im WWE-Universum. Ja, das ist es halt eben. Und ich, klar, ich finde generell, dass so, da waren viele Eliminierungen quer durch die Bank dabei, wo man sich gedacht hat, so, oh, haben sie sich da was getan, weil die einfach ein bisschen merkwürdig gefallen sind. Und das ist ja generell das Risiko von so Battle Royals, dass das manchmal auch ein bisschen heißer hergeht und man sich da denkt, oh je, hoffentlich kommen sie da in einem Stück wieder unten an. Also, ich muss, ich denke da nur an die, kannst du dich noch an die Eliminierung von, ich glaube, das war Snitsky und Paul London damals erinnern oder Takami Shinoku damals? Takami Shinoku, ja, klar. Das ist ein Warmel, den ich oft gesehen habe. Aber Takami Shinoku wurde an dem Abend mehrmals eliminiert. Der ist da wirklich unsanft gelandet, hat sich auch schwer verletzt. Ja. Tatsächlich. Aber dieses Paul London jetzt tatsächlich gar nicht mehr so. Schau es dir mal an, das ist eine, ich meine, das ist eine Lariat von, ich glaube, ich meine, das war Snitsky und dann Paul London schlägt dann quasi ein Rückwärtssalto und fliegt aus dem Ring raus. Also, das ist schon, das ist auch schön. Aber generell, man unterschätzt das, glaube ich, auch so als Außenstehender, wie gefährlich auch so eine Battle Royale ist, weil ja, man fällt ja nur übers oberste Seil, aber es ist schon ziemlich tief. Naja, sei es drum. Ich fand das Finish auch richtig gut. Ich fand diesen Sturz, ich hätte diese Verletzungsgeschichte am Ende nicht gebraucht, muss ich sagen. Es hat aber vor allem auch nochmal Charlotte natürlich so ein bisschen ruchloser und noch böser dastehen lassen, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist. Auch, dass sie dann da so gnadenlos gegen vorgegangen ist. Das hat dann, das hat für mich gepasst und dann auch das Finish, wo sie dann, wo es dann wirklich das Ziehen und Drängen quasi zwischen den beiden da auf dem Apron gegeben hat. Das fand ich toll und ich war auch sehr froh, als Becky dann gewonnen hatte. Und das hat tatsächlich so den Rumble für mich dann doch noch insgesamt persönlich abgeschlossen, weil die erste Hälfte fand ich echt nicht gut, die zweite Hälfte fand ich stark. Ja, ich fand das Finale auch super tatsächlich und Charlottes Blick allein irgendwie, also die überzeugt mich jetzt wieder richtig in ihrer neuen Rolle. Und eigentlich hätte ich, also irgendwie würde ich mich jetzt doch freuen, ich weiß, ich stehe ja vielleicht auf, ja, ziemlich alleine da, aber ich würde doch gerne vielleicht ein Freeway sehen vom WrestleMania Main Event, Ronda, Becky und Charlotte. Irgendwie würde die Geschichte schon passen. Also ich weiß es nicht genau. Eigentlich hätte ich mich auf das Single Match gefreut, aber warum nicht? Die ist auch verkörpert ihren Charakter aktuell sehr, sehr gut. Ja, 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 das ist schwierig. Ich bin gespannt, also ich hätte auch nichts gegen den Freeway, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist ja auch mein Tipp gewesen für WrestleMania. Ich kann aber auch mal Einzelmatch leben. Ich glaube, so oder so kriegen wir da ein tolles Match geboten und einfach mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, wir haben noch den Elimination Chamber vor der Tür. Auch da kann sich ja noch einiges entwickeln, das ist also noch nicht ausgeschlossen. Genau, da kann auch einiges auf jeden Fall passieren. Ich möchte aber noch mal daran erinnern, dass ich schon vor fast über einem Jahr gesagt habe, dass die WrestleMania 35 von Frauen geheadlined wird. Von Wanda. Und von Charlotte. Und von Charlotte, ja. Genau. Gut, aber zumindest habe ich dann zwei Drittel vielleicht recht. Schauen wir mal, oder vielleicht sogar noch mehr, drei Viertel. Warten wir es ab. Ja, schauen wir mal. Aber ansonsten, ich sage mal, das war ein ordentlicher Damen-Rumble. Wie gesagt, wie würdest du den hier einsortieren? Ich fand den super. Also der gehört auf jeden Fall zu den Top 2 der Damen-Rumbles ever. Kann man schon mal so sagen, ist schwer einzuordnen. Weil wie gesagt, ich war am Anfang auch überhaupt nicht drin und dann plötzlich hat es Klick gemacht. Und vielleicht sehe ich den euphorischer, als er denn letzten Endes war. Also ich habe ihn jetzt auch nur einmal gesehen bisher. Mir hat es richtig gut gefallen. Mir hat es wirklich verdammt gut gefallen. Und eine richtige Siegerin, obwohl das auch irgendwie vorhersehbar war. Aber trotz allem hat es gepasst. Einige Wrestlerinnen wurden sehr, sehr gut dargestellt. Man hat gesehen, wir brauchen uns für die Zukunft keine Angst zu machen. Da kommt einiges nach, was sehr, sehr viel Talent hat. Die Damen-Division wird immer stärker. Irgendwann überholen sie die Männer. Also sie sind auf einem guten Weg tatsächlich. Ja, also ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so euphorisch. Ich fand den Rumble ganz in Ordnung, weil für mich, dass es ein richtig guter Rumble ist, dann musst du doch schon über die gesamte Zeit überzeugen. Und da war für mich gerade in der ersten Hälfte viel zu viel Gerumpel und auch teilweise sehr, sehr unsaubere Aktionen drin. Sie gab es auch noch später, aber da ist es dann so ein bisschen in den Geschichten und in den Charakteren untergegangen. Deswegen bin ich, glaube ich, da ein bisschen negativer als du. Aber ich habe mich trotzdem über weite Strecken gut unterhalten gefühlt. Und das ist ja das Wichtigste an der Sache. Aber es gab auf jeden Fall auch genug Grund zu Kritik, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Da streite ich auch gar nicht mehr. Es hat ja am Anfang auch eine Nachricht gut gefallen. Erst im Nachrichten erinnert mir. Ich kann es nicht erklären. Also, wie gesagt, vielleicht soll ich es mir nochmal anschauen. Dann habe ich vielleicht ein bisschen nicht ganz die euphorische Meinung, die ich jetzt gerade aktuell habe. Aber gut war der trotzdem. Ja, kann man so sehen. Weiter geht es mit dem Match um die WWE Championship zwischen Champion Daniel Bryan und AJ Styles. Da haben wir uns im Vorfeld extrem, extrem viel von erwartet. Also wieder einen richtig technischen Leckerbissen. Den haben wir auch teilweise gekriegt. Also auch wieder ein hart geführtes Match zwischen den beiden. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich fand den Kampf nicht so besonders. Ich glaube, wieder war es bei dir. Das hat bei mir auch nicht so... Zum einen war die Position auf der Karte natürlich sehr schwierig. Absolut, ja. Nach dem richtig guten Finale und spannenden Finale des Damen-Rumbles. Hatten die beiden es schon schwer. Und ich war auch... Ein gutes Match, aber irgendwie so... Ich kann mich nicht so richtig an Highlights erinnern. Tatsächlich gut. Ich habe mir zwischendrin sogar noch was zu essen gemacht. Also richtig im Match war ich tatsächlich nicht drin. Ich weiß nicht, warum. Die beiden haben es ja auch drauf. Die beiden sind großartige Wrestler. Vielleicht mit die beiden besten Wrestler, die man unter Vertrag auf jeden Fall hat. Ich fand das Ende sehr überraschend. Tatsächlich ansonsten so ein Matchverlauf. Ich meine, das Match dauerte fast 25 Minuten tatsächlich. Aber irgendwie war es auch zeitweise... Für mich zumindest sehr zäh. Ich kann es nicht erklären. Nee. Also irgendwie hat da was gefehlt. Ich finde, die beiden waren so ein bisschen auf Autopilot. Also die haben so ein bisschen... Das war alles in Ordnung. Technisch ordentlich. Aber es war jetzt nichts, was einen absolut ins Match gezogen hat. Es gab diese Schulterverletzungsgeschichte von AJ Styles, wo er da ja ganz am Anfang quasi auf diesem Ringpfosten quasi da unglücklich gelandet ist. Daraus hat sich dann wieder zurückgekämpft. Da waren tolle Aktionen dabei. Also egal, ob es jetzt ein 450 gewesen ist oder sonst irgendwas. Also das hat schon Spaß gemacht. Und die Härte war auch da. Aber keine Ahnung. Vielleicht war... Ich fand das Match-Tempo insgesamt war für mich ein bisschen zu schleppend. Es hat irgendwie nicht so den nächsten Gang erreicht. Und irgendwas fehlte da. Ich kann doch nicht mal genau den Finger draufsetzen, was es gewesen ist. Das kann ja mal passieren, dass auch so ein... Wie gesagt, die Position des Matches war schwierig, weil man eigentlich auch emotional schon so ein bisschen ausgelaugt gewesen ist von dem Damen-Rumble vorweg. Und dann haben die beiden immer dann auch ein bisschen langsamer gekämpft, als wir uns das vielleicht auch gedacht haben. So war zumindest mein Eindruck. Also es war sehr methodisch insgesamt, um es mal so auszudrücken, sehr maschinell. Und das hat man auch im Publikum gemerkt, weil die hat es eigentlich auch nicht interessiert. Das war totenstill in der Halle. Da hat einfach... Ich kann es dir nicht sagen, das sind zwei meine absoluten Lieblingswrestler, aber auch die liefern nicht immer Gold ab. Also ich weiß nicht, ganz merkwürdig, oder? Ja, also kann ich jetzt nicht weiter hinzufügen, genauso wie du es gesagt hast. Irgendwas hat da gefehlt, aber irgendwie war es auch nicht schlecht. Also man kann das Match jetzt auch nicht schlechtreden. Das war ein gutes Match, aber ich glaube, man war einfach ein bisschen drüber jetzt durch den Frauen-Rumble-Rumble und konnte sich auch nicht so... Die beiden haben es auch nicht geschafft, sich wirklich... Gegen Ende ging es dann auch wieder. Aber so das Publikum war auch tatsächlich zeitweise auch ein bisschen überfordert nach dem Frauen-Rumble. Vielleicht hat man auch die Zeit genutzt, ein bisschen umgetränkt so. Gerade schade für die beiden Wrestler, weil die beiden es ja auch drauf haben. Und es war ja auch kein schlechtes Match. Also es ist schwierig, diesen Kampf hier zu bewerten. Aber irgendwas hat gefehlt. Ja, was nicht gefehlt hat, war natürlich ein Eric Rowan, Shaggy. Was sagst du denn dazu? Ich finde es interessant tatsächlich. Also ich weiß, dass es da auch Kritiker gibt, aber ich finde es spannend. Und man gibt Daniel Bryan jetzt möglicherweise ein Stable an seine Seite. Und Eric Rowan, der passt auch irgendwie dazu. Also klar ist es komisch, dass man hier so zwei Ausnahmekönner wie Daniel Bryan und AJ Styles hat und dann ein Eric Rowan das Match letzten Endes entscheidet. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Und Eric Rowan ist... Ich weiß nicht, ob es ein Bodyguard sein wird oder tatsächlich wirklich ein kleines Stable für Bryan. Das würde mich irgendwie freuen. Das fände ich interessant. Und Harper kommt sicherlich auch irgendwann zurück. Und irgendwie passen die da auch zu Bryan. Ja, es war natürlich... In der Konstellation wirkt das natürlich schon ein bisschen komisch. Also er stand ja erst mal da und hat dann eben... Dann gab es ja den Ref-Bump. Und dann ist er eben erst in den Ring gekommen und hat eingegriffen. Dann gab es diesen... Ja, diesen Chokeslam, diesen Facepalm-Chokeslam, wie man es auch immer nennen mag. Ja, und dann war der Kampf eigentlich vorbei. Und ja, dann gab es noch die Attacke. Und ja, dann sind Bryan und Rowan aus der Halle gegangen. Bisschen merkwürdig. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir eine vegane Wyatt-Family bekommen. So tatsächlich. Also das hat, glaube ich, auch Christian Brunz heute getwittert. Und das war genau mein Gedanke. Also Daniel Bryan war ja mal Teil der Wyatt-Family. Man will ja... Hat ja auch schon gemunkelt, dass man eventuell auch einen Bray Wyatt repactionen will. Den wir auch nicht gesehen haben übrigens. Also es sind viele Möglichkeiten offen. Und Eric Rowan sah auf jeden Fall auch aus. Es käme gerade irgendwo aus dem Wald mit seinem Flanellhemd irgendwie. Ein bisschen merkwürdig. Also ich will da jetzt gar nicht großartig drüber urteilen, weil wir wissen es noch nicht, was daraus wird. Ich fand das Finale jetzt so bla, weil Eric Rowan jetzt keiner ist, der bei mir irgendwelche Emotionen auslöst. Und insofern Cliffhanger leider ein enttäuschendes Match. Und das war's. Hey, wir haben ein Match Prime gegen AJ Styles. Ich habe eine gute Idee. Lass uns Eric Rowan eintreifen. Gut. Ja, aber ich finde, dass ich in einer veganen Wyatt-Family, ich meine, ein Promoz ist selber ein ungesund ernährender Vegetarier, von daher muss man da nicht so viel zu sagen. Ich finde es spannend, sagen wir es mal so. Also da kann schon einiges passieren. Rowan hat auch irgendwie eine Ausstrahlung, die, weiß ich nicht, ob der jetzt eine super Ausstrahlung hat, aber irgendwas hat der, der hat was Eigenes. Das finde ich schon mal was Besonderes. Und warum nicht? Lass uns einfach mal abwarten. Klar, es ist komisch, dass Rowan das Match entscheidet, sowas schon eine Ausnahme kann, wie Styles und Brian, wie ich eben schon gesagt habe. Aber vielleicht erwartet uns ja eine interessante Geschichte. Also hier würde ich erst mal abwarten, bevor ich das jetzt kritisieren möchte. Ja. Ich meine, die große Herausforderung, lieber Shaggy, wird es jetzt natürlich sein, uns das alles zu verkaufen, oder? Oh, lieber Olaf, du hast gesagt verkaufen. Was können wir denn, was können wir denn verkaufen? Oh, Eric Rowan war ja quasi eine Art Unterstützung. Genau. Für Daniel Brian. Wie könnt ihr euch uns, ihr, ihr, Moment, ihr uns den denn unterstützen, lieber Olaf, lieber Hörer? Genau, lieber Shaggy, ihr könnt uns genauso unterstützen, wie das Eric Rowan bei Daniel Brian gemacht hat. Geht dazu einfach auf patreon.com slash headlock.de oder steadyhq.com slash headlock.de. Dort gibt es über 110 exklusive Podcasts für Supporter. Mit 5 Euro, 5 Dollar seid ihr dabei. Und das war das Werbebreak. Klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du es schlecht auswendig klärt oder schlecht abgelesen. Das kann nicht jeder so gut schauspielen, wenn ich das getan habe. Aber egal, lass uns weitermachen. Es ist an uns herangetragen worden, dass wir es etwas kreativer auslegen sollen. Deswegen haben wir es jetzt mal so probiert. Schauen wir einfach mal. Also weiter geht es auf jeden Fall mit dem Match um den WWE Universal Championship. Genau, und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, kann halt auch nicht jeder von uns beiden es kreativer auslegen. Aber egal. Ja, auch das Match war mehr oder weniger kreativ, weil es jetzt kein typisches Brock-Lessner-Match für mich war. In dem Sinne, Brock-Lessner gegen Finn Balor stand an um den Universal-Titel. Nicht so ein langes Match, aber ich fand tatsächlich ein interessantes, unterhaltsames Match. Mal anders als die normalen Brock-Lessner-Matches gegen kleinere Gegner. Ganz genau. Wir haben ja im Vorfeld, im Preview-Podcast, hatten wir ja so ein bisschen Gemutmaß, ob das wieder so ein typisches ... Also ich fand ja, dass das Daniel Bryan-Match und auch das AJ Styles-Match, das lief ja nach einem ähnlichen Schema ab. Die waren ja sehr ähnlich. Brock-Lessner dominiert. Irgendwann bekommt der kleinere Mann die Oberhand, kämpft zurück und am Ende gibt's wahlweise 1, 2, 3 F-Files und dann ist der Kampf vorbei. Hier hat man ja einen ganz anderen Ansatz gewählt, nämlich dass auch wirklich ein Finn Balor ja sofort von Anfang an quasi all-in gegangen ist. Zwinker, zwinker. Und auch dann sofort mit einem Double-Drop-Kick attackiert hat, unheimlich schnell angegriffen hat, sei es jetzt durch irgendwie diesen Double-Stomp über das Top-Rope in den Rücken oder diverse Kicks und sowas. Und dass ein Brock-Lessner wirklich Probleme gehabt hat mit der Geschwindigkeit von dem Finn Balor. Und du hast es gesagt, der Kampf war nicht besonders lang. Der war nur 8 Minuten 35, wie ich jetzt hier lese. Der hat aber für mich auch total gut funktioniert. Das war absolut in Ordnung. Es war eine andere Matchart, wie man das jetzt sonst von Brock Lesnar gegen kleinere Leute gesehen hat. Ich hab mich da auch gut unterhalten gefühlt. Also, das Problem war natürlich hier, also, ich hab auch, obwohl da ein Finn Balor oft nicht dran gewesen ist am Sieg, ich hab da nie dran geglaubt, du? Nee, ich hab da auch nicht dran geglaubt. Also, so definitiv nicht. Aber trotz allem stand Finn sehr, sehr gut da. Und ich glaube, sein Push geht auch noch weiter. Er war jetzt zwar zu früh für ihn, aber ich glaube, einen Finn Balor, den hat man mittlerweile begriffen, dass man dem doch wieder mehr machen kann. Der wird sich sicherlich irgendwann nochmal den Universal-Titel, falls ihn da noch gehen sollte, erholen. Das hat er sich verdient. Ein guter Mann, gutes Match, auch eines der besseren Brock Lesnar-Matches wieder, weil es auch Brock Lesnar so, so viel eingesteckt hat. Und das gegen den kleineren Finn Balor. Also, die standen kurzzeitig gleichwertig da, wo man immer auch wusste, dass am Ende Brock sicherlich siegreich hervorgehen wird. Ich hab tatsächlich ja jetzt heute Morgen mal kurz Zeit gehabt, mal in den Foren mich umzuhören, umzuschauen, was ich ja sonst normalerweise auch nicht mache, in den Wrestling-Foren. Da hat jemand geschrieben, Mist, wenn jetzt Finn Balor als Demon gekommen wäre, hätte er ganz bestimmt gewonnen. Möglicherweise wird man den Demon ja irgendwann wieder auspacken. Garantiert, da gehe ich mal ganz fest von aus. Hier, wie gesagt, hat man schon im Vorfeld ja gesagt, irgendwie, das wird kein Demon geben. Es gab trotzdem am Ende natürlich den Coup de Gras am Ende, wo dann auch ein Brock Lesnar ausgekickt ist. Und dann auch, das fand ich übrigens eine ganz coole Art und Weise. Also, er hat dann quasi so, wie er es ja früher auch schon, glaube ich, in den Matches gegen Triple H, glaube ich, gesehen hat, er ist dann quasi aus dem Pinfall sofort in den Kimura übergegangen. Und das finde ich wiederum auch eigentlich clever, weil natürlich, wenn ein so großer Mann wie ein Lesnar so eine Aktion bei einem kleinen Regieger wie einem Finn Balor ansetzt, dann hat er eben keine Chance. Das fand ich absolut in Ordnung. Auch ohne Vorbereitung und ohne Armwork im Vorfeld kann ich damit absolut leben. Wie deutest du hier die Attacke, die es nach dem Match gegeben hat? Da gab es ja noch mal irgendwie drei German Suplexes und eine F5 von Lesnar gegen Bela. Ich glaube nicht, dass es zum Rückmatch kommen wird. Das war einfach nur mal, um den Gegner noch mal abzufertigen. Und weil er auch den F5 jetzt nicht im Kampf gezeigt hat, was ja auch untypisch ist, ja, sonst die letzten Matches immer mit dem F5 eigentlich gewonnen hat ein Brock Lesnar. Man wollte einfach noch mal zeigen, dass vielleicht das Brock irgendwie gemerkt hat hier, das war doch ein guter Gegner, den mache ich jetzt aber trotzdem irgendwie fertig. Oder man baut irgendwann noch mal einen Kampf, dann aber in mehreren Monaten auf. Also ich glaube nicht, dass die beiden jetzt in nächster Zeit noch mal gegeneinander antreten werden. Ich glaube auch, das geht, also meine Theorie geht auch eher so in das, was du zuerst gesagt hast. Das war sozusagen eine Respektbekundung von Brock gegen Finn Bela auf die Brock-Artikel. Auf seiner Art und Weise, ja. Genau so. Ansonsten, das war ein absolut okayes Match. Also war nicht so ganz so episch natürlich, wie die Kämpfe jetzt auch gegen Daniel Bryan oder gegen AJ Styles, aber war für die Geschichte, die es da gegeben hat und auch dafür, dass es ja relativ kurzfristig aufgebaut worden ist, hat das Spaß gemacht. Das fand ich eine runde Sache insgesamt und hat die Leute auch wieder so ein bisschen zurück in den Event geholt, bevor es dann ja zum Männer-Royal-Rumble gekommen ist. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, weil auch da werden sicherlich die Meinungen auseinandergehen. Also erst mal Anfangssegment. David hat ja gesagt, er wünscht sich einfach viel mehr Rückkehrer und die haben wir ja gleich zum Anfang ja so ein bisschen bekommen. Was hast du dir gedacht, als auf einmal ein Elias unterbrochen wird und dann kommt Jeff Jarrett raus? J-E-Double-F-J-A-Double-R-E-Double-T-Double-J-Jeff Jarrett. Ja, ich habe mich ja gefreut. Also ich meine, Jarrett ordentlich gealtert auch so im Vergleich zu den Zeiten, als er das letzte Mal dieses Outfit getragen hat. Das ist ja tatsächlich sein Double-J-Outfit aus der WWE-Zeit noch. Ich habe mich gefreut, wirklich. Und man muss ja damit sagen, Jeff Jarrett, ich weiß nicht, ein aktueller deutscher Champion, also der ist ja bei der EWP World Champion in der deutschen Liga, in der EWP ist er ja Champion. Ich habe mich wirklich gefreut, ihn zu sehen. Das hat auch irgendwie wirklich super gut gepasst, dass dann ein Elias erst mal so ein Duett andeutet und dann ihn doch hinterrücks attackiert, war ein bisschen überraschend für mich, weil das war ja im Grunde eine hielische Aktion. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet und ihn dann direkt auch eliminiert. War okay, fand ich. Also Jeff Jarrett, sicherlich jetzt auch nicht gebucht für einen längeren Abend, kann man mit leben. Aber ich hätte mich schon gefreut, wenn die beiden nochmal zusammen gesungen hätten. With My Baby Tonight kann man immer hören. Spend my day working hard on the go. Ja, das hätte ich auch gern gehört, das wäre schön gewesen. Sind wir jetzt, liebe Hörer, war das jetzt das Highlight in der Headlock-Geschichte? Oder war das Lowlight? Ihr dürft entscheiden. Wenn ihr sagt, das war das Highlight, dann wird Olaf beim nächsten Ausgabe sicherlich mal den gesamten Song für euch performen. Genau das. Ich habe zu viel Something to Wrestle gehört. Bruce Pritchard singt das nämlich auch sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Nein, ich fand das auch okay. Es war natürlich ein bisschen lang so insgesamt, aber ich glaube, Jeff Jarrett hat da nochmal, das war, glaube ich, auch nochmal so eine Genugtuung für ihn auch, dass die Leute nochmal mit ihm sein, J-E-double-F-J-A-double-R-E, Double-T, genau, dass sie das gleich zweimal mit ihm sprechen durften und so. Ich glaube, dem hat das Spaß gemacht und das war ja auch wirklich einfach so ein, ich weiß nicht, das war so ein schöner Callback einfach. Mir hat das auch gut gefallen, war vielleicht ein bisschen lang, kann ich aber mit leben. Wie gesagt, in seinem alten Ausfeld, das war ja das Interessante, das trägt er ja eigentlich überhaupt, das hat er seitdem auch nicht mehr getragen, dieses komischen, was kann man das beschreiben, mit ganz vielen Hosenträgern. Ja, Fransen, ich weiß es auch nicht genau, was das jemals hätte sein sollen. Und dann trotzdem mit der alten Sonnenbrille dann, das hat auch nicht ganz gepasst. Naja, machst du nichts. Ich fand auch hier, der Rumble startete auch so ein bisschen schleppend. Also dann kam ja Schinske rein, da kam Kurt Engel rein, das war dann so der zweite Rückkehrer so in dem Sinne. Aber man hatte das Gefühl gehabt, so ja, das plätschert noch so ein bisschen vor sich hin. Also war das bei dir auch so? Ich habe auch hier ein bisschen gebraucht, um wirklich dieses Rumble-Feeling zu bekommen. Ja, ging mir auch so. Also tatsächlich ging mir tatsächlich auch, zumal auch dann so die Rückkehrer wie Jeff Jarrett und auch man gehört, Engel ja überhaupt keine größte Rolle gespielt haben. Engel wurde ja auch relativ schnell dann von Schinske eliminiert, von dem ich auch überrascht war, dass ich das ja auch dabei war. Letzten Endes als ehemaliger Sieger vielleicht logisch, aber trotzdem war es überraschend, weil er ja auch am Abend schon ein Match hatte, was er auch gewonnen hat. Also von daher ist ja nochmal was anderes. Okay, er war halt dabei. Mit der Nummer 5 kam dann auch ein Big E, der erste seiner Gruppierung, der an dem Abend zum Ring kam. Die sollten ja noch das Häufigere, sollte man auch die Musik von New Day hören. War okay, also es war noch nicht so richtig drin. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber dann kam ein Johnny Gargano ganz überraschend und das Publikum hat ihn abgefeiert. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, klar, der ist ja eine absolute Publikumslieblinge. Die Leute, die da sind, werden auch garantiert NXT verfolgen. Es war ja generell auch, dass viele Leute von NXT auch hier dabei gewesen sind. Also was heißt viele? Es war natürlich, Johnny Gargano war dabei, Pete Dunne war dabei, Alistair Black war dabei. Das ist schon okay gewesen. Und ich finde es auch gut, dass man hier die Spots so ein bisschen an den Nachwuchs quasi gegeben hat. Plus No Way Jose. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Auch ein Johnny Gargano hat jetzt keine super dominante Rolle gespielt, sondern ich finde der Erste, der wirklich so ein Ausrufezeichen gesetzt hat, war für mich ein Samoa Joe. War das bei dir auch so? Ja, da ging es dann erst richtig los. Also wir hatten da vorher noch einen Jinder Mahal, der relativ schnell auch wieder draußen war. Und den durfte Johnny Gargano eliminieren. Aber Samoa Joe, auch den hat das Publikum abgefeiert. Ab Samoa Joe war ich dann drin im Rumble so ein bisschen. Ob es jetzt bis zum Ende gereicht hat, war, weiß ich. Aber bei Samoa Joe war ich auf jeden Fall drin. Und der hat eine gute Rolle abgeliefert und auch seine Geschichte im Rumble erzählt. Ja, eben. Also ich finde auch, er wirkte auch einfach durch seine Präsenz und durch die Art und Weise, wie er eben seine Aktionen verkauft, auch einfach wie eine dauerhafte Bedrohung. Und das ist eben auch wichtig, dass du sowas bei einem Rumble im Ring hast, dass du nicht nur das Gefühl hast, so ja, okay, die danneln da eh nur die ganze Zeit so vor sich hin und schubsen sich ein bisschen in die Seile, sondern dass du wirklich jemanden im Ring hast, bei dem das Gefühl hast, dass du, ja, der könnte jetzt theoretisch jeden eliminieren, wenn er das wollte. Aber was natürlich jetzt in diesem Rumble finde ich nicht so dominant gewesen ist, wir haben schon Rumbles erlebt, wo wirklich dann auch jemand sechs, sieben Leute eliminiert hat. Das hatten wir diesmal nicht. Hat dich das überrascht? Also wir hatten klar einen Drew McIntyre, der mal, ich glaube, zwei Leute eliminiert hat, also Kofi und Xavier dann auf einem Rutsch. Wir hatten Braun, der hinterher drei Leute eliminiert hat. Aber jetzt, es war nicht so massiv, wie fand ich zumindest, oder? Nee, war es nicht. Da hatten wir schon tatsächlich andere Rumbles. Ich habe das auch so Leuten wie jetzt einem Drew oder einem Brown Stoneman, der ja an dem Abend sogar erst, als er Ersatzkandidat für John Cena announced wurde, der ja sich ja im Vorfeld verletzt hat durch Drew McIntyre. Also den beiden, Drew McIntyre oder Brown, habe ich das schon zugetraut, dass man ihnen so eine Rolle zuschiebt. Hat man jetzt nicht. Beide hatten aber trotzdem auch ein gewisses Standing im Rumble. Von daher ist es okay. Ich bin auch nicht immer ein Fan davon, wenn das jetzt jedes Jahr passiert, dass ein dominanter Wrestler, ein großgewachsener in der Regel Wrestler, dann zehn, elf, zwölf Leute an einem Abend rausschmeißt von 30 Leuten. Das muss nicht immer sein. Finde ich eigentlich gar nicht schlimm, dass das in dem Fall jetzt nicht war. Nee, also wie gesagt, Braun hat er dann doch insgesamt, also er hat einmal drei Leute in einem Rutsch quasi rausgeschmissen, dann am Ende natürlich nochmal zwei. Kommt da auf fünf. Das ist schon okay, aber ich finde, er hat jetzt nicht so diese absolute Dominanz ausgestrahlt, wie das andere Wrestler schon getan haben, muss ich einfach mal so zu sagen. Generell, Braun sowieso, da kann man ja auch nochmal drüber reden, was er aktuell für eine Rolle innehat. Also der hat massiv an Standing verloren, nicht nur im Ring, auch beim Publikum, glaube ich, ein bisschen. Also es ist nicht mehr, die Zeit, wo er sowas im Over war, die ist leider lange vorbei. Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch gerade gegen Ende gesehen, wo er ja dann mit Seth Rollins allein im Ring gewesen ist, wo er dann ja die Arme gehoben hat. Also, jubelt mir zu, get these hands und eigentlich die Leute haben ihn ausgebucht. So, ja, schade. Du bist abgelöst worden oben an der Spitze als Top Babyface. So ist es. Seth Rollins hast du gerade erwähnt. Der kam auch schon als Nummer 10. Der war sehr lange im Ring. Aber für mich irgendwie, ich fand's, ich hab mich tatsächlich, auch wenn einige für sich verwundert waren, aber über Titus und Neil gefreut, weil der ja quasi seinen, ja, seinen Slide angedeutet hat irgendwie. Und dann gab's eine lustige Geschichte mit Curt Hawkins, Olaf. Ja. Ich fand's lustig. Ja, das hat dann schon irgendwie gepasst. Ich find's auch schön, dass dann wirklich Curt Hawkins dann ja nochmal diesen Moment bekommen hat, diesen kurzen Sieg, dass er dann Titus O'Neill ja auch so relativ schnell da eliminiert hat und dann aber eben doch gegen von Samoa Joe dann quasi über das oberste Seil geworfen worden ist. Aber, Entschuldigung, es gab Hawkins Chance. Ja. Das find ich cool. Das überrascht dann doch. Also der kommt beim Publikum, die Geschichte kommt beim Publikum an mit seiner Losing Streak. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Erinnere ich mal damals an Heath Slater, ne? Also das war ja so ähnliche Geschichte, ne? Mit den, mit He-Guard-Kids und so. Also Verlierer kommen immer gut an. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bevor du den Witz hier machst. Wer für mich eine überraschend prägnante Rolle gespielt hat, war Mustafa Ali. Also der hat wirklich, find ich, hier nochmal unter Beweis gestellt, dass WWE wirklich große Stücke auf ihn hält, oder? Ja, dem könnte die Zukunft gehören. Sicherlich ist er auch kein großgewachsener, aber der ist schon ein charismatischer Kerl, der vor allem auch bei den jungen Leuten, den jungen Zuschauern richtig gut ankommt. Ich meine, er hat an dem Abend Shinsuke Nakamura eliminiert, das darf man nicht vergessen. Und dann später noch seinen aktuellen Fähengegner, Samoa Joe. Das war übrigens der erste richtige What-the-fuck-Moment in diesem Event. Also nicht in diesem Event, aber in diesem Rumble-Match für mich. Also auch gerade wieder Samoa Joe draußen gesessen hat und dieser vollkommen entgeisterte Blick, wie ihn denn der Blutschipper Mustafa Ali da eliminieren kann, das fand ich richtig, das fand ich toll. Also da hat es mich auch wieder gehabt. Wie gesagt, wir haben auch noch so Geschichten gehabt mit Kofi Kingston und Xavier, die sich dann da so ein bisschen rumeiern, dann an der Folge. Wir haben nur No Way Jose gehabt, der einmal, der hat quasi den Luke gemacht. Der ist einmal in den Ring rein, ist dann wieder rausgeflogen und hat dann weitergefeiert. Das war tatsächlich eine Anlehnung an den alten Bushaker Luke-Spot irgendwie, der ja auch zum Ring, ja mit diesen typischen Armbewegungen gekommen ist und dann direkt raus und dann einfach weiter. Hier hat es nicht ganz so funktioniert, aber es war okay, sagen wir es mal so. Es war schon ein witziger Moment, ob man jetzt No Way Jose im Rumble braucht oder nicht, ist dann natürlich eine andere Frage, aber das war schon ganz cool. Aber was vorher noch ganz interessant war, Entschuldigung, Dean Ambrose Rolle in dem Royal Rumble. Welche? Ja, eben. Der war da und wurde von Johnny Gargano eliminiert. Also Dean Ambrose, der vor kurzem noch der Top-Heal möglicherweise war bei War, der ist jetzt im Niemandsland angekommen, oder? Hat man mit was? Nee, er hat Johnny Gargano eliminiert. Ja. Vertraue ich mich jetzt da. Er hat Johnny Gargano eliminiert. Ach so, okay. Dass er von ihm eliminiert wurde. Ansonsten hat er ja nun wirklich nicht viel im Ring irgendwie gemacht. Also er war ja auch nicht so lange da und hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also von daher, Dean Ambrose, mit dem hat man, der kommt, der connectet auch nicht mehr, mit dem weiß man aktuell auch nicht mehr, was man so anfangen soll. Leider. Also, oder auch zu ruhig, kann man mit ihm aktuell auch gar nichts mehr anfangen. Für mich ist er so der uninteressanteste Charakter von den wichtigeren Leuten. Ja, genau. So sehe ich es halt eben auch. Also da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Der war wirklich nur zwei Wochen interessant, als er wieder zurückgekommen ist. Du hast auch gemerkt, als die Musik ertönt ist, diese komische Sirene. Ich sage es nochmal, Sirenen als Entrance-Team, keine gute Idee. In neun von zehn Fällen funktioniert es nicht. Und der zehnte Fall ist natürlich dann Scott Steiner. Genau das. Ja, und im Endeffekt ist er ja dann später, was ich wiederum ziemlich geil fand, von Alistair Black rausgeschossen worden wirklich. Also mit der Black Mass. Und wie war denn deine Gefühlslage, als du dann einen Alistair Black gesehen hast? Ich habe mich sehr, sehr gefreut tatsächlich. Also vorher kam ja noch Pete Dunne. Genau. Da habe ich mich auch schon total gefreut. Andrade, als ich auch gerne, Paul O'Koos war, war da. Aber über Alistair Black, da habe ich mich mit der meisten gefreut, dass der dabei war. Das hat man ihm auch angesehen, dass ihm das richtig Spaß gemacht hat. Der hat jetzt auch keine so große Rolle gespielt. Der durfte sich schon mal vom größeren WWE-Universum zeigen. Und dem gehört ganz bestimmt die Zukunft. Und hier hat er jetzt kein großes Ausrufezeichen gesetzt. Aber er hat zumindest eine gute Rolle gespielt. Ja, das gilt eigentlich für beide. Sowohl für Alistair als auch für Pete Dunne. Ich habe mich einfach riesig drüber gefreut. Ich fand auch die Spots, die beide gehabt haben. Also Pete Dunne hat ja diverse Fingerbrech-Geschichten gehabt. Alistair Black hatte diese coole Aktion dann gegen Dean Ambrose. Die fand ich auch echt toll. Wie gesagt, wo er ihn da wirklich mit der Black Mass rausgeschossen hat. Und das sind zwei Leute, die da auf jeden Fall eine größere Rolle spielen werden. Ich habe übrigens auch gedacht, dass Drew McIntyre ein bisschen stärker noch dargestellt wird. Also war das bei dir auch so? Ich meine, er hatte schon seine Rolle innerhalb des Matches gehabt. Und er hat auch einige Leute eliminiert. Unter anderem auch eben Pete Dunne. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mehr erwartet. Genau, geht mir auch so. Also von dem habe ich tatsächlich mehr erwartet. Man hat ja das Gefühl, dass man auf ihn irgendwie so ein bisschen baut in Zukunft. Dass er auf jeden Fall ein Topstar sein kann, der in der Main Event-Region dann immer mitspielen wird. Aber hier hat man es nicht so richtig gezeigt. Klar, der war ein großer Name. Und die Kommentatoren haben ihn auch overgebracht. Und man erwartet ja auch ein Match gegen John Cena möglicherweise bei WrestleMania. Aber hier so wurde eher nochmal die Geschichte mit dem überraschenden Zurückkennen Dolph irgendwie aufgegriffen. Hat das jemanden interessiert, dass Dolph Ziggler wieder zurück ist? Also ich dachte mir so, okay, jetzt ist er wieder zurück. Oh, schon wieder. Ja, die WWE hat ja eine große Überraschung versprochen, hat man gesagt. Ja, aber dann schießt da auch noch Drew McIntyre raus, so. Holterdiepolter. Was ist denn das? Ja, man hört ja auch, man versucht alle Wrestler irgendwie momentan zufriedenzustellen. Und jemand wie Dolph wäre sicherlich vielleicht kein großer Verlust für die WWE. Aber sicherlich eine Bereicherung für All-Elite-Wrestling. Ja. Wer mich aber auch überrascht hat, aber das optisch tatsächlich. Ein anderes Thema ist Shelton Benjamin. Was ist denn mit dem passiert? Der hat ja auch an Muskelmasse deutlich zugelegt. Oder kam mir das nur so vor? Oder sieht es in den letzten Wochen schon so aus? Es sah auf jeden Fall auch so aus. Vielleicht lag es an den neuen Hosen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es sah auf jeden Fall so aus. Wir hatten dann auch Leute wie Baron Corbin natürlich drin. Jeff Hardy, Rey Mysterio. Ich war auch überrascht, dass ein Bobby Lashley quasi reinkam und sofort wieder raus war. Und dann gab es ja dieses Segment mit Seth Rollins. Und ab dem Punkt war für mich klar, okay, Seth Rollins gewinnt das Ding. War es bei dir auch so? War es tatsächlich auch so. Also das ist auch so ein bisschen typisch irgendwie so gewesen, den Wrestler draußen zu attackieren. Dass er erstmal eine Zeit draußen liegen muss und nicht zum Ring kommen kann. Und dann am Ende tatsächlich siegreich hervorgeht. Haben wir ja in verschiedenen Varianten des Öfteren auch schon gesehen. Aber war okay. Also ich meine, der wird sicherlich jetzt noch ein kleines Programm mit Bobby Lashley haben, Seth Rollins. Bevor es dann bei WrestleMania um den Titel gehen wird, den er dann hoffentlich auch gewinnen wird. Ja. Wie gesagt, das hat für mich so ein bisschen die Spannung aus dem Match genommen. Generell fand ich das ein bisschen merkwürdig, dass wir in der Schlussphase gleich zwei Leute hatten, die draußen K.O. rumlagen. Weil da hat man ja auch Braun Strowman irgendwie aus dem Match genommen, der dann ja gegen den Ringpfosten gelaufen ist. Weiß ich nicht, dann hast du den Top 4 und zuerst hast du nur eine Top 2 quasi. Wir sprechen gleich noch über das Nia Jax-Segment, aber wenn wir gerade schon dabei sind. Wir hatten dann auf einmal Andrade und Dolph und auf einmal fällt einem dann auf, ach nee, da liegen ja noch zwei draußen rum. Weiß ich nicht. Das fand ich merkwürdige Art und Weise quasi hier Braun und Seth aus dem Feuer zu nehmen. Fand ich ein bisschen komisch. Ja, Shaggy, wir müssen noch über die Akte Nia Jax sprechen, weil da wird auch online sehr viel darüber diskutiert. Wir können es ja kurz aufrollen. Wir wissen, Nummer 30 sollte eigentlich an R-Truth gehen. Der machte seinen Entrance-Song und sang im Entrance-Bereich und dann kam Nia Jax raus und hat ihn dann hinterrücks attackiert und hat ihn zusammengeschlagen und hat sich dann einfach ohne Einwilligung übrigens, hat nicht den Herrn Finlay oder irgendjemand anderes gefragt, hat sie sich den Spot gekrallt hier. Und du hast gerade schon gesagt, du bist kein großer Freund von Nia Jax. Wie fandest du hier diese Geschichte? Erst mal kurz zu R-Truth nochmal. Also ich glaube, wer hat denn wirklich geglaubt, dass Ar-Truth als Nummer 30 zum Rumble kommen wird und da auch dabei bleiben wird? Niemand, oder? Ja. Das hat niemand geglaubt. Also es war schon im Vorfeld klar, dass ihn jemand attackieren wird wahrscheinlich und da ist ein Spot dann einnimmt. Ja, die größte Überraschung ist wahrscheinlich, dass es Nia Jax ist oder gewesen ist. Ja, kann man so machen. Ich finde es jetzt, also es haben tatsächlich einige sich darüber sehr, sehr aufgeregt, dass es unbedingt Nia Jax sein musste. Aber war doch schon irgendwie was anderes mal. Das Besondere ist, sie war die erste, die dritte Frau, die beim Rumble mitgemacht hat und glaube ich die einzige Person überhaupt im Wrestling bisher, die an einem Abend an zwei Rumbles teilgenommen hat. Warum denn auch nicht? Ja, also mir hat es auch nicht wehgetan tatsächlich. Also ich weiß, dass sich da ganz viele aus diversen Gründen drüber aufgeregt haben. Zugleich habe ich ganz oft Mails gelesen, auch bekommen teilweise, wo Leute gesagt haben, Mensch, wäre es nicht total cool, wenn Becky jetzt die Nummer 30 sich krallen würde und so. Und jetzt plötzlich ist das doof, weil es Nia Jax macht. Ich finde, das hat hier eigentlich ganz gut zu ihrer Person gepasst, also zu der Charaktere, die sie da verkörpert. Ich finde, das war in der Durchführung absolut in Ordnung. Eine Art Bruce verliert nichts, weil der hat nichts zu verlieren in irgendeiner Art und Weise. Und zu Nia Jax passt das irgendwie. Also die absurdesten Sachen, die ich hier gelesen habe, war, Mensch, alle, die das gut finden, die rechtfertigen Gewalt gegen Frauen, Shaggy. Ja, finde ich, man muss, also man schlägt keine Frauen, das ändert man da einen Grund. Wenn das Essen nicht mehr warm ist oder so, keine Ahnung. Nein, natürlich, bitte nicht ernst nehmen oder nicht das rausstellen. Ich würde gerade sagen, ich schneide es einfach dann so, dass es passt, Shaggy, keine Sorge. Ja, also das ist Wrestling, das gibt es das häufiger. Das gab es schon immer, es gibt ja auch Matches, Frauen gegen Männer, das ist schon okay. Und das ist auch, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan davon, dass Nia Jax ein Mustafa Ali dann eliminieren durfte. Der bis dato wirklich eine gute, sehr, sehr gute Rolle im Marble gespielt hat, sehr prominent eingesetzt wurde. Das hätte nicht sein müssen. Aber es war doch schon, das Publikum hat es gefeiert, als Nia Jax dann 619 und ein Superkick von Dolph und dann auch am Ende noch eine AKO abbekommen hat. Das war schon okay, das kann man so machen. Und sie hat ja vorher auch genug ausgeteilt, muss man mal dazu sagen. Also sie ist ja nicht jetzt da reingekommen und die Männer haben sie einfach verprügelt, sondern sie ist ja wirklich auch als valider Gegner quasi dargestellt worden. Und insofern, mein Gott, das ist Sports Entertainment. Im Film wird sich auch niemand darüber beschweren, wenn, war es nicht auch bei Fast and Furious, wo irgendwie Ronda Rousey irgendwelche Typen verdroschen hat und solche Geschichten. Ich wundere, sie kann das ja auch oder kann das ja auch. Sie ist ja so eine toughe Frau. Naja, aber kann man schon machen. Und ein Rami Stivio, der ist ja körperlich einer Nia Jax ja sogar unterlegen. Also das hat man ja ganz deutlich gesehen. Hat der jetzt nicht hier eine Katie Candaceiro oder eine Selina Vega rausgebracht und die Männer weltdominiert, sondern eine Frau, die auch deutlich körperlich mit den Männer mithalten kann. Von daher finde ich es vollkommen okay und es passt zu ihrem Charakter. Ja, bin ich auch bei dir. Und ich bin gar kein Nia Jax-Fan. Also ich mag sie wirklich eigentlich aktuell gar nicht, aber ich finde das jetzt nicht schlimm, dass sie hier dabei war tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, da ist bei manchen, also ich glaube, das sollte man nicht zu sehr überbewerten und auch nicht zu sehr überdramatisieren in allen Bereichen. Also dadurch hat die Nummer 30 jetzt nicht an Bedeutung verloren in irgendeiner Art und Weise. Dadurch geht auch, weiß ich nicht, die Frauenbewegung nicht unter oder sonst irgendwas und das Wrestling erst recht nicht. Ich fand, das war auch absolut in Ordnung. Wir haben auch schon, wir haben eine China in einem Rumble gesehen. Das war übrigens die vierte Frau. China, Karma und das Phoenix. Ich habe Karma vergessen. Stimmt, ja, die vierte Frau. Ja, sorry. Warum denn nicht? Also ich finde dafür, für solche Geschichten ist auch mal ein Rumble da. Ich glaube, wenn das eine Becky gewesen wäre und die am Ende vielleicht sogar gewonnen hätte, wäre das Internet Ape-Shit gegangen und hätte gesagt, mein Gott, was eine geile Idee und so. Das ist ja mal innovativ und das und so weiter und so fort. Die ist ja the man. Genau. Ja, klar, da hätte es auch Kritiken gegeben, aber sicherlich wären die kritischen Stimmen weitaus leiser gewesen, als es jetzt bei Naya Jacks sind, weil man die Einfrau nicht mag. Aber okay, ich finde das nicht schlimm. Man hätte sicherlich noch eine größere Überraschung bringen können, aber wollte man jetzt nicht oder konnte man zu dem Zeitpunkt nicht. Von daher finde ich, kann ich mit Naya Jacks ganz gut leben. Das mit dem Finale des Männerrumbles zwischen Brown und Seth, naja, sage ich mal, dafür, dass er jetzt dann, weiß ich nicht, gefühlt eine halbe Stunde auf dem Ring lag und dann plötzlich wieder da war, weiß ich nicht so recht. Ich finde gut, dass er gewonnen hat, weil ich glaube, der kommt beim Publikum richtig gut an und das ist auch so jemand, den man auch an die Main-Event-Position und dem Titel auch geben kann. Das ist jemand, dem man diesen Sieg gegen Bock geben darf und vielleicht muss. Von daher finde ich es ganz gut, dass er gewonnen hat, aber das Finale hat mich nicht so richtig überzeugt. Und Brown, der ist jetzt eigentlich nicht mehr wirklich mehr als es ein Big Show zeitweise war. Das war ja auch tatsächlich, ich musste ja ganz stark bei dem Finale dann an Big Show gegen Chris Benoit damals denken, das war ja da auch dran angelehnt. Also gerade diese Aktion, wo dann Seth draußen stand und Braun dann quasi ja mit dem Front-Facelog quasi über das Top-Rope gezogen hat, das war ja dieser Spot quasi. Und dann, klar, gab es dann noch den Curbstorm am Ende, damit Braun auch endgültig raus ist. Aber ja, es war jetzt nicht viel mehr und Braun ist, ich habe es ja im Ausblick ja schon angekündigt, also für mich wird Braun einer der Leute werden, die in diesem Jahr auf jeden Fall nicht den Champion-Titel gewinnen, in irgendeiner Art und Weise, sondern der ist einer von denen, da hat man jetzt glaube ich endgültig den Punkt verpasst und klar wird man den nochmal wieder aufbauen und so und der wird auch nochmal um den Titel mitstreiten, aber ich halte den mit Hand für einen der ganz, ganz großen Verlierer der letzten 10, 12, 14 Monate irgendwie. Und das hat sich hier eigentlich nur wieder bestätigt. Klar durfte der dann irgendwie einige Leute eliminieren und der war unter den letzten Zweien, aber einen bleibenden Eindruck hat der jetzt nicht hinterlassen und am Ende geht er dann doch nur mit dem, weiß ich nicht, mit der Teilnahmeurkunde nach Hause. Also ich fand das Finish jetzt auch nicht so geil, weil, weiß ich nicht, da hat irgendwie so ein bisschen, da hat sowohl Dynamik gefehlt, da hat auch ein bisschen Dramatik gefehlt und auch, dass die beiden da vorher so lange außerhalb des Rings gelegen haben, fand ich doof. Das war so ein bisschen was, das hat für mich den insgesamt eigentlich sehr unterhaltsamen Rumble so ein bisschen runtergezogen, weil wie gesagt, wenn das Ende nicht so 100 Prozent passt, dann ist es dann irgendwie ein bisschen doof. Aber ich finde, WWE hat hier guten Fanservice betrieben, weil, wie du schon gesagt hast, man hat gemerkt, dass die Fans wollen Seth Rollins und das hat man gehört und jetzt haben wir Seth Rollins und kriegen wir wahrscheinlich dann ja Rollins gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. So, Shaggy, dann sind wir durch. Sind wir durch. Ja, dann darfst du jetzt noch, was ist denn dein Fazit zum Rumble und wie viele Bananen bekommt das Ding? Ich würde gerne nochmal kurz Byron Corbin erwähnen. Ich bin kein großer Byron Corbin-Fan, aber das Publikum hasst ihn einfach auch. Und das finde ich, also der ist jetzt nicht der Beste im Ring, aber ich finde, seine Rolle spielt er trotzdem ganz gut und hat er hier beim Rumble auch. Also der war auch nicht so lange da und wurde dann auch relativ schnell eliminiert von Braun Sturman. Aber Byron Corbin ist so jemand, den sehe ich auch nicht unbedingt gerne, ich weiß nicht, aber der hat irgendwie eine Faszination, ihn zu hassen. Das macht er auch richtig gut. Also Byron Corbin und Naya Jax und so, die hassenswerten Objekte im WWE-Universum aktuell. Das muss man einfach nur nochmal sagen. Und du glaubst, Byron Corbin tritt dann nächstes Jahr im Damen-Rumble auf? Zu dem Vergleich möchte ich jetzt nicht unbedingt ziehen. Ich muss Corbin auch nicht im Ring sehen, aber irgendwie ist es schon, ich finde, das ist ein interessanter Charakter. Zumindest weiß man dann, dass das Publikum ihn dann immer, egal wo er es aus, buhen wird, weil man ihn einfach nicht mag. Niemand mag ihn. Niemand. Das stimmt. Aber der ist ein netter Typ, wie wir beim Try-Out festgestellt haben. Genau, wir haben ihn ja kennengelernt. Trotz allem. Ich wollte auch buhen, während du ihn interviewt hast eigentlich. Das käme er nicht so gut auf Tape. Aber egal, das wollte ich einfach gar nicht, warum ich es jetzt nochmal gesagt habe. Aber Byron Corbin haben wir halt auch noch nicht erwähnt. Ich finde, der hat auch eine kleine Rolle, aber der hat eine wichtige Rolle irgendwie so. Das ist der Böse, der man immer den Faces zum Fraß vorwirft. Hier auch hier. Duft er zwei in Alistair Black eliminieren, aber trotzdem. Okay, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ansonsten mein Fazit. Ich fand den Frauen-Rumble insgesamt tatsächlich besser als den Männer-Rumble. Der Männer-Rumble hatte zwischendrin so seine Höhepunkte, aber Anfang und Ende fand ich schwierig. Den Frauen-Rumble selber fand ich jetzt letzten Endes, wie wir es ja vorhin schon erwähnt haben, eigentlich ganz gut. So mit Abstrichen dann irgendwie kompflötslicherweise ganz gut. Ansonsten war es ein vielleicht viel, viel zu langer Royal Rumble Pay-Per-View insgesamt. Also mit fünf Stunden und der Kick-Off-Show zwei Stunden. Sieben Stunden Wrestling in der Nacht. Das kann und sollte sich eigentlich keiner antun. Es sei denn, er hat nichts anderes zu tun, dann kann man das machen. Aber ansonsten war es eigentlich ein ganz, ganz guter Große, was mich unterhalten hat letzten Endes. Da gab es schon deutlich schlechtere Rumbles insgesamt gesehen. Und die Bananen-Wertung, die du angesprochen hast, da musst du mir nochmal ganz kurz sagen, da ich nicht so oft bei den Videos dabei bin. Wie viele Bananen darf ich maximal vergeben? Acht. Acht? Das ist auch eine komische Wertung. Wer hat die denn eingeführt überhaupt? Ich. Okay, also acht ist das Maximum. Ja. Ich würde sagen, fünfeinhalb. Ja, ich bin da bei dir. Ich glaube, ich würde ein bisschen niedriger gehen. Also ich fand, mich haben halt mehr Sachen, glaube ich, ein bisschen stärker gestört als dich. Ich glaube, ich würde auf vier, drei Viertel bis fünf gehen irgendwie. Ich fand eben das Take-Team-Match hat mir nicht so richtig zugesagt. Ich fand die erste Hälfte vom Damen-Rumble echt nicht gut. Gegen Ende wurde es dann richtig gut, hat mich auch mitgenommen, aber das hat nicht so recht gepasst. Das Championship-Match hat mir nicht so gut gefallen, also um die WWE-Championship. Und der Männer-Rumble, den fand ich insgesamt unterhaltsam und ordentlich, aber eben auch, wie du schon gesagt hast, das hat mich jetzt auch emotional nicht so mitgenommen, wie das zum Beispiel der Frauen-Rumble zum Ende gemacht hat. Also ich war zwar dabei, ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen schwitzige Finger gehabt habe, weil ich dann gerade so im Mittelteil dabei gewesen bin. Aber irgendwie hat da ein bisschen noch was gefehlt und wie schon gesagt, das Finale war dann auch so ein bisschen merkwürdig, gerade auch, weil dann Braun und Cesc ja so lange draußen gelegen haben. Das hat mir so nicht so gefallen. Mit dem Naya-Spot kann ich ganz gut leben, aber deswegen kriegt es von mir dann auch mal solide, wie gesagt, viereinhalb bis fünf, irgendwo sowas dazwischen würde ich dem Ding hier geben. Aber es ist eine unterhaltsame Veranstaltung gewesen, aber auch da viel zu lang. Also das ist einfach, wie du schon gesagt hast, so sieben Stunden am Stück, das ist einfach zu viel. Und dann auch, da war ja auch wirklich viel Wrestling diesmal drin, das muss man auch mal dazu sagen. Das war jetzt nicht so, als ob das so eine Trailershow gewesen wäre, sondern allein durch die beiden Rumbles war das ja richtig viel Stoff, was wir da gesehen haben. Weiß ich nicht, ob man da so eine absolute Reizüberflutung immer haben muss. Aber das ist nun mal die aktuelle Richtung, die WWE mit ihren Big-Four-Pay-Per-Views geht, ist nun mal so, kommen wir nicht drumherum. Trotzdem war das insgesamt, fand ich, ein unterhaltsamer Royal Rumble-Pay-Per-View insgesamt. War es aber, wie du gesagt hast, ein bisschen viel war es schon, ein bisschen lange. Man sollte nur langsam überlegen, ob man die Bananenwertung dann überdenkt, wenn du 4,5 bis 5 oder so geben kannst. Ich würde sagen, ich gebe 4,5 bis 6. Nee, ein halber Biss ist okay, aber ich sage jetzt nicht 1 bis 8 oder so. Das geht nicht. Nee, ich finde schon, was habe ich gegeben, 5,5 finde ich schon in Ordnung, weil ich mich unterhalten gefühlt habe. Klar, es gab sehr viele Schwächen auch, aber das Positive überwiegt letzten Endes. Vieles war vorhersehbar. Ich habe tatsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, außer bei dem US-Title-Match alles richtig gezippt, tatsächlich. Außer auch das Raw-Tag-Dimatch, das wusste man ja vorher, kannte man vorher gar nicht. Das hätte man auch nicht tippen können. Obwohl es ein bisschen für mich klar letzten Endes war, habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, wie gesagt, ich kann damit auch absolut leben. Die Frage ist, hat es deinen Hype befriedigt und gerechtfertigt? Ja, ich war nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht herausgegangen. Ich bin vielleicht nicht gehypter als vorher, aber ich bin nicht enttäuscht, sagen wir es mal so. Von daher war es vollkommen in Ordnung. Die Rumbles waren nicht so schlecht, dass es den Hype genommen hätte. Aber der Hype ist sicherlich nicht ganz mehr so groß wie vorher vom Rumble. Aber ich freue mich auf WrestleMania live in New York City. Ja. Bei mir ist es ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir ist es auch, der Hype vorher war ein bisschen größer. Der Event war in Ordnung bis gut. Ich freue mich auf WrestleMania. Auf jeden Fall noch bedeutend mehr, als ich das vielleicht vor zwei Monaten getan hätte. Und das ist schon in Ordnung. Mal gucken, wo der Weg jetzt weiter hingeht. Und darüber sprechen wir dann auch im Wochenend-Podcast, den wir dann am Ende der Woche aufnehmen. Da geht es dann darüber, über die Road to WrestleMania. Was erwarten wir uns? Was ist bei Raw und SmackDown passiert? Da machen wir nochmal den aktuellen Abriss hier. Das machen wir ganz oft nach den Big Four-Pay-Per-Views. Da bin ich dann auf jeden Fall mit Kai. Und wenn David bis dahin genesen ist, dann ist auch David mit dabei. Schauen wir mal. Ansonsten, Shaggy, wir haben ja auch noch ein kleines Supporter-Projekt diese Woche vor uns. Das ist richtig. Und zwar geht es wahrscheinlich um die Helden aus der zweiten Reihe. Richtig. Da ist tatsächlich jetzt entschieden worden, welcher unser zukünftiger Held aus der zweiten Reihe sein wird, den wir das nächste Mal besprechen werden. Das nehmen wir auch jetzt die Tage auf. Und damit kompletieren wir das Heart Foundation Stable, Olaf. Genau. Dann wird es nämlich gegen Ende der Woche, also wahrscheinlich am Donnerstagabend, wenn ich es dann online stellen, da gibt es dann das Porträt zu Davy Boy Smith, den British Bulldog. Also da habt ihr, wir haben gelost, ihr habt abgestimmt. Und das war einer eurer Lieblingsnamen, die da immer wieder gefallen ist. Und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir doch den. Ich bin, ich freue mich da drüber, ehrlich gesagt. Ich freue mich da auch. Aber eigentlich ist es ja Savio Vega geworden. Aber letzten Endes habe ich gedacht, ach nee, Savio Vega, das interessiert mich nicht. Über den möchte ich nicht sprechen. Da haben wir uns einen Quatsch. Ihr wolltet ja nicht Savio Vega, ihr Hörer. Und deswegen haben wir uns, deswegen ist es tatsächlich der British Bulldog geworden. Aber über den freue ich mich auch. Und der Olaf ist ja auch so ein kleiner Fan, der ja auch tatsächlich mal die gleiche Frisur hatte, wie der British Bulldog, als er noch seine Rasterzüpfchen hatte. Genau, das trage ich heute noch hin und wieder mal so. Um Leute irgendwie übel aufzustoßen. Ich sehe mir das gerade vor. Olaf, bevor wir uns jetzt von unseren Hörern verabschieden, möchte ich, dass du noch mal bitte den With My Baby Tonight Song noch mal am Ende performst. Das wollen alle hören, glaub mir. Und damit sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir haben es schon gesagt bei Patreon und Steady. Mach das mal. Ansonsten, Olaf, die letzten Gesangs, ja, der letzte Song gehört dir. Shaggy, du weißt doch, die volle Version von With My Baby Tonight gibt es nur für Supporter auf Patreon und Steady. Nein, ich werde es nicht mehr singen. Das habe ich heute schon genug getan. Und auf jeden Fall schaut gerne natürlich jetzt zum Wochenende wieder rein. Schaut auch gerne dann unter der Woche bei Patreon und Steady vorbei wegen den Helden. Und in dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ich sage auch tschüss. Und ich sage mal so, wenn Olaf die Hörer lieben würde, mögen würde, dann würde er noch mal singen. Aber so ist er halt, der Olaf. Bis zum nächsten Mal. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.